Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Oh la la und herzlich willkommen bei Trek am Dienstag, dem Star Trek Podcast für helle Köpfchen. Ich begrüße euch ganz herzlich, begrüße euch ganz herzlich und ich begrüße den Simon heute Abend. Schön, dass du da bist. Hallo Sebastian, für helle Köpfchen und dann gleich das erste Wort butchern, wie der Amerikaner sagt, so sind wir halt. Ihr habt richtig eingeschaltet. Ein positives Signal, dass ihr hier bei Trek am Dienstag seid, dem Podcast, bei dem sich Simon und Sebastian gute Nacht sagen. Jetzt war ein anderer, glaube ich. Jetzt gehen wir aber wirklich off the hook hier mit unserem Podcast. Die Rede ist natürlich von der Zauberlaterne. Da kann man ja auch mal ein bisschen Video, Werbung machen. Ja, was haben wir heute mit unseren Wörtern, Simon? Das auch nicht. Kann man ein bisschen Video machen. Kann man auch ein bisschen Video machen bei der Zauberlaterne. Gibt es das Ganze ja auch in Videoform, auf YouTube zum Beispiel. Unser Filmpodcast drüben. Ja. Falls ihr ihn noch nicht kennt, www.zauberlaterne.de ist eure Anlaufstelle. Dort besprechen wir in der Regel alle zwei Wochen einen Film. Einmal bringe ich einen mit, dann wieder bringt der Sebastian einen mit und dann reden wir schön drüber. Viele schöne Gespräche schon geführt. Auch teilweise sehr kontrovers. Ja. Das ist ja das, was bei Trek am Dienstag eher selten vorkommt. Werft doch uns mal einen Blick zu dort. Werft mal euer Auge drauf. Ja, wir haben auch da ganz frisch, was heißt frisch, vor anderthalb Wochen oder so, ist dort die Arnold Schwarzenegger Bodybuilding-Dokumentation Bumping Iron erschienen. Bumping Iron. Da kann man mal du zu sagen. Das war ein cooles Gespräch, ein echt langes Gespräch auch. Ja, erstaunlich, ne? Ja, dabei wird er viel länger als der Film. Und dann als nächstes, diese Woche noch, diesen Freitag schon, kommt ein Film von den Kornbrüdern. Und zwar der allererste Film von den Kornbrüdern. Blood Simple. Ich glaube, eine mörderische Nacht hat er auf Deutsch noch als Untertitel, aber eigentlich heißt er Blood Simple. Ja, exakt. Und das soll genügen. Ja, der ist auch ganz, den müssen wir noch aufnehmen. Den müssen wir noch aufnehmen. Freue ich mich schon drauf. Habe ich noch gar nicht gesehen. Kommt jetzt am Wochenende. Ist der auf dem Kalender, auf dem Filmkalender. Oh. Ja, da bleibt kein Auge trocken bei dem Film. Schön zum Wochenende werde ich in diesen Film einsteigen. Freue ich mich sehr drauf, Sebastian. Wie ist es bei dir so sonst? Och, ich bin relativ müde heute, weil ich hatte heute einen Termin in Iserlohn, Simon. Eine Weltreise von Lüdenscheid aus. Das ist tatsächlich von Lüdenscheid aus eine Weltreise. Besonders, wenn man sein Auto vor einem halben Jahr verkauft hat, so wie ich es getan habe. Dann muss man da tatsächlich in so einen Bus klettern. Aber das ist nicht schlimm. Nee. Weil der fährt direkt vor meiner Haustür los und fuhr mich direkt vor die Haustür meines Termins. Ideal. Von daher war das schon irgendwie okay. Aber ich saß dann da, ich muss früh aufstehen, saß dann da so drin. Och ja, da ist auch einige seiner Arbeit liegen geblieben. Und dann hat er noch einen längeren Umweg fahren müssen, weil in Nachort-Wibbling-Werde ist eine Brücke kaputt. Jetzt lachst du. Ja, da ist auch eine Brücke kaputt. Ich lache nicht, ich nicke nur nervissend falsch, weil ich glaube, ich wusste es nicht, aber überrascht mich nicht. Brücken und das Sauerland, eine lange, vor allen Dingen komplizierte Geschichte. Das ist so. Mit Tunneln ist es ja genauso. Ja. Ja, und wie war es bei dir heute so, mein Leber? Ach, ich bin ein bisschen niedergeschlagen, aber nicht, weil irgendwas passiert wäre oder so, sondern weil ich eine Erkältung im Anmarsch spüre. Nein, Krankheitspodcast. Noch geht's, ja, Krankheitspodcast, also noch geht's, noch fühle ich mich gut und habe auch total Bock auf diesen Podcast. Aber ich bin nicht so ganz fit, ja, nicht so richtig fit. Also, mal schauen. Ich hoffe, der Gerl geht an mir vorbei. Ansonsten ist nichts Erwähnenswertes passiert. Es sind Dinge passiert, aber die sind nicht erwähnenswert. Dinge, die jeden Tag passieren. Ich war heute auf dem Klo zum Beispiel, muss ich jetzt nicht hier groß beschreiben, wie das war. Nee, lass mal, lass mal, ist auch, ist schon gut. Du hast ja, wir haben ja auch, wie soll sich groß was ereignet haben, Simon? Wir haben ja vorgestern über State of Flux gesprochen. Ja, richtig. Da ist ja nicht mehr so viel, da kann ja gar nicht so viel passiert sein. Nee. Qua Kürze der Zeit, die da war, ja. Also, mein Roadtrip nach Iser, Iser, Iserlohn, das ist ja auch schon eine ganze Menge gewesen. Das ist schon relativ aufregend. Ja, Wahnsinn. In unserem Alter, was in unserem Alter, was war da schon, ne, ne. Na komm, dann quatschen wir nicht lang rum, gehen wir in die Folge, würde ich sagen. Die ist tatsächlich aufregend. Wir erleben heute ein richtiges Abenteuer. Also, da geht's wirklich Swashbuckler mäßig, geht's da los. Und die Folge, die wir heute im übrigens 358. Dienstagstreck besprechen, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, kam am 17. April 1995 das erste Mal in das Fernsehen unter dem Titel Through the Looking Glass. Und in Deutschland heißt das Ganze durch den Spiegel, relativ wörtlich übersetzt, am 7. März 1996. Und wir haben hier es mit einer veritablen, mit einer waschechten Fortsetzung zu tun von einer Folge aus Staffel 2, die wiederum auch eine Fortsetzung von einer Folge aus Staffel 2 war, nämlich aus Staffel 2 der Ur-Serie. Und mich hat es ein bisschen überrascht, dass wir, obwohl die Anknüpfungen noch relativ mannigfaltig sind, dass wir kein Previously On oder so bekommen. Heute müsste man das wahrscheinlich machen. Heute würde man sagen, kannst du auch den Leuten nicht zutrauen, was da passiert. Die verstehen doch nix. Oder der Smiley hätte erst mal zehn Minuten erzählt, was alles passiert ist, was er ja nicht macht. Ne, nee, man muss hier so ein bisschen mitdenken. Wie kam das Ganze hin? Naja, nachdem das DS9-Autoren-Team zufrieden war mit Crossover, das ist nämlich die Fortsetzung dieser Folge in Staffel 2, sollte es eine Fortsetzung der Spiegel-Universum-Story geben. Und dann kam der Robert Hewitt-Wolf um die Ecke und hatte eine Idee. Der Cisco geht auf die andere Seite, weil sein Spiegelbild dort das Zeitliche gesegnet hat. Oder wie ein lieber Freund von uns mal sagte, das Geistliche gesegnet hat. Was lustiger ist eigentlich. Und dann ist die Frage nur, ja, das ist ja als Grund allein noch nicht so viel. Irgendwas muss er ja vorhaben. Oder warum sollte er das tun, Simon? Und da antwortete Chefautor Ira Baer wie aus der Pistole geschossen, zumindest in meiner Fantasie. Na, um Jennifer Cisco zu retten, die drüben noch lebt. Und, also, Ciscos Ehefrau, die ja, das haben wir im Pilotfilm Emissary gesehen, gestorben ist mittlerweile. Im Spiel-Universum ist sie noch da. Und das wäre dann ein Grund für Cisco zu sagen, na komm, na gut, bleib ihr halt hier. Und dann schrieben die beiden gemeinsam das Drehbuch. Eine erstaunlich einfache und lapidare Entstehungsgeschichte. Gibt auch diesmal nicht viel von hinter den Kulissen zu berichten, hält sich in Grenzen mal. Hast du eigentlich noch im Kopf, wie wir Crossover fanden? Ja, das war ein D. Kelly Award. Das war sogar ein D. Kelly Award. Also wir waren total begeistert. Crossover hat uns richtig von den Socken gefegt. Ja, ist so. Oh, da bin ich ja mal gespannt, wie das hier mit der Fortsetzung ist. Bin ich wirklich gespannt, wie wir das so finden. Bin ich auch. Das Ganze beginnt allerdings im diesseitigen Universum, also in unserem Universum. Und das ist wahrscheinlich so das Ende eines langen Arbeitstages. Cisco musste den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Und hier wieder mit jemandem sprechen. Und da hat der Bürgermeister angerufen und alles. Eigentlich hat er keinen Bock mehr. Und jetzt sind auch noch Odo und Quark da. Und es geht um Wolves. Diese kleinen Viecher. Rattenähnlichen Viecher, die Deep Space Nine heimsuchen. Das haben wir ja schon mal gesehen. Wie der O'Brien da durch irgendwelche Tuben lief, ja. Um die dann da zu entfernen. Und das ist die Ausgangslage. Wolves. Aber was ist da passiert, Sebastian? Der Odo hat Morn und den Quark in Flagranti erwischt, als sie Zahlen, Ziffern auf die Rücken dieser Wühlmäuse gemalt haben. Und dann sagt der Quark, ja, irgendwie müssen wir die doch zählen, ja. Aber natürlich weiß der Cisco ganz genau, was davor war. Dass die beiden nämlich so eine Art quarchischen Hahnenkampf inszeniert wollten. Nämlich einen Wühlmauskampf. Apparently, that's a thing. Das ist ein Ding, ja. Ich war mal... Bei einem Hahnenkampf? Ja, in einem Hahnenkampf war ich. Ich war der Hahn, der kleinere von beiden. Ich war mal in einem Urlaub. Schön, ne? Dass ich auch mal in einem Urlaub war. Die Geschichte ist aber eigentlich, da war so eine... Kennst du diese kleinen Krabben mit diesem Panzer, die so aussehen wie so Steine? Gibt's so kleine Krabben. Ja. Ja, die haben so... Die sind auch... Wirken fast wie poliert. So sehen die aus, ne? Ja. Und dann gab's da eine Abendveranstaltung im Speiseraum, schräg schräg bar. Und da war in der Mitte war so ein Kreis aufgezeichnet und da waren dann diese Krabben in dem Kreis. So aus wie so eine Dartscheibe, die da niedergemalt wurde, so eine überdimensionale. Und auf diesen Viechern war eine Zahl gemalt mit einem Filzstift. Ja. Sebastian hat schon den Kopf. Ja, das ist auch nicht die feine englische, finde ich auch nicht gut, aber ich hab das... Ich hab diese Veranstaltung ja nicht ins Leben gerufen. Ich wollte sie nicht, aber sie war da und ich war auch da. Nicht auf der Veranstaltung, sondern in dieser Bar. Und dann wurden dann Leute ausgesucht und die konnten sich dann... Die konnten Pate werden von einer Krabbe. Ja. Und dann ging so eine Musik los, so... Und dann wurde... Das ist immer besser. Umzäunung. Dann haben sich alle nackt ausgezogen als nächstes. Das kam dann viel später. Aber dann hat man diese Umzäunung, hat man dann entfernt und dann sind die Krabben natürlich losgetigert. Und man hat dann gewonnen, die Krabbe, die als erstes diesen großen Kreis verlässt, die hat dann gewonnen sozusagen. Und dann hat man einen Gutschein, Drink oder was weiß ich auch gekriegt. Und da musste ich dran denken, so innig ist das bestimmt auch. Und dann hat man die Krabben aber wieder ins Meer geworfen übrigens. Also die hat man dann nicht. Dann ist sicherlich auch die Farbe wieder abgewaschen worden und so. Und für alle Krabbenliebhaber da draußen. Ich weiß gar nicht, ob das Krabben sind. Vielleicht waren das auch Krebse oder sonst irgendwie. Weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Ich habe halt gedacht, du kommst mir jetzt damit, dass die auch auf Leben und Tod dann kämpfen mussten. Aber so geht es ja dann noch. Das ist ja so ein bisschen... Das weiß ich nicht. Ich stelle mir vor... Wo warst du da? In Spanien, hast du gesagt? Oder wo? Nee, war nicht in Spanien. In der Sonne war ich. In der Südsee quasi. In der Südsee? Ah, okay. Sonst hätte ich gesagt, das war dann vier gegen Pedro. Weißt du? Ja, so ähnlich war das auch. Es war einer dieser Momente, wo ich dachte, irgendwie gehöre ich hier nicht her. Ist auch schon viele Jahre her. Na gut, aber hier scheinen es ja wirklich Kämpfe zu sein. Und dann werden illegale Wetten abgeschlossen und so weiter. All das, was man bei Quark macht. Und Odo, wie gesagt, hat ihn erwischt. Und jetzt muss der Stationskommander mit sowas behelligt werden, habe ich auch gedacht. Und Quark sagt natürlich, das ist ja, ich bin ja auch sehr empört. Glaubst du wirklich, dass Morren das vorhatte? Schön, wie er seinen besten Kunden versucht unter den Bus zu werfen, ja. Das ist auch ein alter Halunke, ja. Aber die beiden, also das muss er doch auch wissen, Simon. Das muss er doch als Witz meinen. Weil er steht da mit den beiden Typen auf ganz Deep Space Nine zusammen. Denen kannst du nichts vormachen. Nee, den haben wir schon alles gesehen. Er redet sich da so, er hat eigentlich schon verloren. Er weiß auch, das war ein netter Versuch. Ist jetzt auch nicht ein Kapitalverbrechen oder so. Es wird nicht viel passieren. Sisko sagt auch, na gut, dann jetzt nimm die Vols mal da weg. Und Odo sammelt das ein. Und das hört jetzt auf. Und Quark geht natürlich, das sind doch morgens geliebte Vols. Wühlmäuse, Wühlmäuse sind sein Ein und Alles. Und dann sagt er, this is gonna break Mons Hearts. Ja. Also das wird Mons die Herzen brechen. Und das fand ich sehr schön. Ich habe auch darüber gelacht, dass Herr Spencer sagt, ich hole ihm Goldfische. Das hat mir auch sehr gut getan. Und dann damit verschwinden auch Odo und Quark aus der Episode. Warum? Ich glaube auch, dass diese Szene da ist. Weil die beiden im Spiegel-Universum, wo wir gleich hingehen werden, verschieden sind. So ist es. Und mit verschieden meine ich nicht unterschiedlich, sondern von uns gegangen. Dearly Departed. Dearly Departed, wir erinnern uns dran. Sisko wurde ja, äh, Sisko. Quark wurde ja erschossen. Und Odo kam auch ums Leben. Genau, das ist alles ein Crossover passiert. Also die Spiegel-Universen-Versionen von beiden. Na gut, dann ist das schon mal gelöst. Sisko sagt, alles gleich, ich gehe jetzt ins Bett. Keine Lust mehr, geht raus und im selben Moment fährt auf Ops der O'Brien ein. Mit dem Turbolift. Wir denken zumindest, es wäre der O'Brien, wundern uns aber über seine Freizeitkluft. Meils der Fancy Pants ist das in dieser Woche. Und aus diesen Pants zaubert er auch gleich etwas hervor, wie das klingt. Und er holt eine Waffe raus. Du hast vorhin schon mit dieser komischen Orgie da angefangen, die da angeblich passiert wäre. Weil bei einer harmlosen Krabbengeschichte, ja. Also irgendwas ist bei dir heute, ist bei dir heute so aufgeladen, ja. Wer weiß es. Ja, gut möglich. Ja, Mr. Fancy Pants trifft es aber, ne. Also sieht fisch aus, der O'Brien. Ist aber gar nicht der O'Brien. Das stellen wir relativ schnell fest. Er zieht nämlich einen Blaster hervor. Darf man das sagen bei Star Trek? Blaster? Oder ist das nur so ein Star Wars-Name? Also es geht hier um Rebellion und Alliance und Empire. Dann darfst du auch Blaster sagen. Weil wir sind diese Woche, finde ich, in Star Wars-Hausen. Ja, schon. Definitiv. Also sagen wir, Blaster hat seinen Blaster und entführt den Cisco kurzerhand von der Ops. Und Sebastian, ich habe mich gefragt, warum da niemand eingreift. Ja, das ist eine gute Frage. Weil natürlich, klar, er bedroht den Käpt'n und sagt, ey, mach mal nichts. Aber der hat ja keine Augen im Rücken, der O'Brien. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass da niemand irgendwie dann denkt, von hinten einfach erschießen, fertig. Und wir haben doch auch schon ein paar Mal gehört, dass man mit dem Transporter so Waffen ausschalten kann und so. Das geht auch, genau. Da gehen sie auch als nächstes hin. Aber das geht doch recht zügig. Und der Cisco ist auch ganz ruhig und sagt so, okay, da komme ich wohl mal besser mit. Ist ja nur der O'Brien, denkt er sich. Das ist ja nur der O'Brien. Nein, was der Flach, der ist bestimmt wieder eine von diesen Überraschungspartys von Dax. Denkt er vielleicht auch noch. Genau, ja. Und tatsächlich beamt der O'Brien sich auch weg mit dem Cisco. Hat vorher an der Konsole rumgefummelt, denn sie beamen sich nicht irgendwo hin. Sie beamen sich through the looking glass, Sebastian, durch das Spiegeluniversum. Und das geht schon ganz schön einfach hier in dieser Folge. Also einerseits möchte irgendein Teil von mir sagen, das geht mir zu einfach. Da kommt da rein, ja, wir beamen jetzt, sind wir drüben. Nachdem das vorher immer große, schlimme Dramatik mit dem Wurmloch oder mit Gewittern und sowas passieren musste. Andererseits ist es auch irgendwie erfrischend, wenn man schon im Spiegeluniversum was erzählen will, dass man dann jetzt kein Schickimicki macht, sondern sagt, ja, dann holen wir den halt da rüber. Fährt ja aus. Genau, ja. Wie siehst du das? Ja, das Spiegeluniversum und dieses ganze Konzept und so und man kann da hin beamen. Es hat schon schöne Geschichten erzählt. Also wie gesagt, eine haben wir ja offensichtlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber offensichtlich sehr hoch bewertet. Deswegen, okay, kann man das machen, dass man da so direkt hin beamen kann. Das müsste viel häufiger passieren. Also es müssen, es geht ja nicht nur um die Allianz und die Rebellion da drüben, sondern es gibt ja auch da Verbrecherkartelle oder Weltverbesserer, die denken, ich beam mal rüber. Oder Neugierige, Touristen, wo fahren wir heute in Urlaub? Nicht in die Südsee, wir, das war überhaupt nicht die Südsee übrigens, das war auf der Nordhalbkugel, wo ich war. Aber man sagt so die Südsee, wenn da irgendwie die Insel ist und sowas. Und wir beamen einfach dahin, ist doch cool und so und dass sich das nicht viel stärker vermischt, finde ich seltsam. Deswegen hätte ich gerne, dass dieser Übergang exklusiver wäre durch irgendein Naturereignis oder so oder so eine Art Wächter der Ewigkeit, wo du halt nicht einfach so durchmarschieren kannst. Ja, vielleicht. Also ich bin da wie gesagt hin und her gerissen. Einerseits lazy, andererseits gut eine Story zügig ins Rollen zu bringen. Schon richtig. Die Frage ist, ist es diese Story wert, ins Rollen gebracht zu werden? Das müssen wir jetzt auch noch auspacken, ne? Das müssen wir auspacken, genau. Wir sind jetzt auf diesem Schiff vom O'Brien. Das ist die Defiant, einfach nur rot ausgeleuchtet, die Sets. Das fand ich wiederum auch lazy. Nicht mal groß umgebaut. Von außen sieht das Schiff auch anders aus. Ja. Wie so ein bioranischer Raider irgendwie. Aber innen drin ist das einfach, ja, zack, Defiant, rote Lampen rein. Fertig. So ist es. Und ja, das Rot, ne? Also guckt man nicht drüber hinweg. Ich steht auch bei mir hier in meinen Notizen, alles Rot. Punkt. Sehr intensives Rot, ne? Der O'Brien bringt ihn jetzt in so eine Kabine, aber Sisko kennt sich ja aus und überwältigt ihn auch. Das geht also ganz schnell. Hat er wieder Oberwasser und er hat den Blaster. Und Sebastian, der Avery Brooks, der spielt den Sisko doch hier schon so ein bisschen wie der Spiegel-Universum-Sisko, oder? Findest du? Ja. Also der Spiegel-Universum-Sisko, der war ja ein Lachpirat. Der war ja komplett drüber. Er hat immer nur gemacht die ganze Zeit. Und das sehe ich bei ihm gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, findest du? Ich find ihn schon anders. Ich find ihn zumindest anders als den Sisko, den wir von der Station kennen. Ein bisschen wahnsinniger, find ich ihn hier schon. Nicht so schlimm wie den Spiegel-Universum-Sisko, der wirklich drüber war, ja. Aber ich find ihn schon hier so ein bisschen, er hat sich schon verändert irgendwie. Es hat ein bisschen den Anschein, so als würde er denken, ach, jetzt bin ich hier. Ja, okay. Dann kann ich jetzt auch mal die Sau so ein bisschen rauslassen. Genau das meine ich, ja. Richtig. Ja, das stimmt. Und tja, man muss den Sisko schnell rüberbringen. Also ist das mit dem Beamen, geht ganz leicht. Und dann muss man mal ein Gespräch haben. Also geht das mit dem in die Fresse hauen und entwaschen, ganz leicht. Ich hab schon nach zwei, drei Minuten Handlung, also Formspann ist jetzt auch schon mal dazwischen gewesen, hat es mich so ein bisschen angekäst, dass die Folge sich so ein bisschen die Welt so macht, wie sie ihr gefällt. Oh, jetzt wollen wir das und das machen. Ja, dann ist doch, ne, dann machen wir das jetzt einfach so. Das wären, es ist eine, schon zwei so lapidare Sachen einfach. Ja, mich auch tatsächlich. Die gar nicht so lapidar sein dürften. Mich auch, ja. Ich fand's auch ein bisschen anorganisch so. Also es wäre halt, ja, wirkt schon so ein bisschen konstruiert hier an der Stelle, ne. Wir müssen ganz schnell da hinkommen jetzt, damit wir diese Geschichte weiter erzählen können. Naja, dann sprechen die beiden und es wird auch ganz schnell ein eher freundliches Gespräch. Ja, Sisko kommt sehr schnell drauf. Achso, das ist ja wahrscheinlich das Paralleluniversum. Du bist nicht der O'Brien. Ne, B auch nicht. Ich bin der andere O'Brien. Und dann sagt er zumindest ein bisschen so das Ergebnis aus Crossover. Wir erinnern uns, da hat ja der Sisko, also der Sisko aus dem Paralleluniversum, war ja so ein Handlanger der Intendantin Kira. Also Kira ist ja quasi so die Anführerin der Bösen, kannst du so sagen. Und er schien erstmal so ein Handlanger von ihr zu sein, am Ende aber wurde er von unserer Kira überzeugt, dass das nicht gut ist, dass er der Bösen Kira zuhört. Und dann hat er eine Rebellion gestartet, hat sich mit O'Brien zusammengetan, war dann deren Anführer und dann hat man halt gegen die gekämpft. Aber leider ist er bei einer dieser Missionen ums Leben gekommen. Also der Spiegeluniversum Sisko, den gibt es nicht mehr. Leider, 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 ja, ja, ja. Vor der Kira war eigentlich Intendant der Friedrich Nowotny. Ja, genau. Dann kam Intendantin Kira, wurde dann gewählt. Ja. Sollte mal den öffentlich-rechtlichen Station da modernisieren, ne? Ja. Entschuldigung. Das waren nur andere Zeiten, da lief noch, war noch so, 20.15 Uhr war immer eine Show, lief dann da. Ja, ja. Auf der Promenade, ne? Ach, ne, Leute. Ja, und jetzt kommt er auch schon sehr schnell darauf, denn der Sisko ist ja hier auf den Pupp gefallen. Er merkt, also, ich soll jetzt hier, ihr habt euren, euren Sisko ist geplatzt, ich soll den jetzt hier ersetzen für irgendwas. Ja, für irgendwas nämlich. Für was denn überhaupt? Ich kann mich, ich kann das nämlich eigentlich nicht machen, ich kann mich hier nicht einmischen, das ist nicht meine Welt. Also, das ist ja so ähnlich wie erste Direktive jetzt hier, ne? Man kann, ich kann auch hier, oder die Zeit verändern oder so, das macht man einfach nicht. Man macht das einfach nicht, man geht nicht in ein Paralleluniversum und macht dann da was. Das geht nicht. Ja, sagt der O'Brien, das muss aber gehen, denn deine Frau, Jennifer Sisko, die ist hier bei uns Wissenschaftlerin und die arbeitet an so einem transspektralen Sensor-Dings, ja, so. Also, so eine spezielle Sensortechnologie. Und jetzt haben wir schon das erste Teil in zu Voyager. Die Rebellion versteckt sich in den Badlands und in den Badlands, da kann man dann, wenn dieser Sensor fertig ist, reingucken, dann sieht man den Nebel nicht mehr auf dem Bildschirm, sondern sieht, aha, da ist ein Rebellenschiff, da ist eine Basis und da fliegen wir hin und machen die alle platt. Ja. Und das muss aufgehalten werden. Wir müssen die Pläne vom Todesstern da wegholen, richtig. Und der Todesstern ist Deep Space Nine, denn da ist sie Jennifer Sisko und da kann man ja nicht so einfach hin, außer man heißt Sisko, denn wir wissen, dass Intendantin Kira eine Faszination mit Sisko hat, ja, also ihn unterwerfen will, sagen wir es mal so, auch sexuell. Also, die will, die findet ihn sexuell sehr attraktiv und die spielt dieses komische Spielchen mit dem immer. Eigentlich sind wir fein da, aber du, ah, dann komm mal, jetzt gehen wir mal kurz hier mal ein so Schäferstündchen alles. Jetzt hast du das schon so vorweggeschickt, dass es um die Jennifer Sisko geht. Klar, haben wir auch im Forschgeplänkel schon gesagt, aber der Meister oder der Spiegelmeister ist ein Meister der Inszenierung. Der redet nämlich die ganze Zeit nur von einer terranischen Wissenschaftlerin oder besser gesagt, das Wort Scientist ist ja im Englischen geschlechtsneutral. Deswegen heißt es einfach ein Wissenschaftli und dann kommt raus, ja, Wissenschaftler, Wissenschaftler, dann kriegt er nämlich ein Foto und dann sagt unser Spencer Jennifer und da habe ich mich gefreut, dass er klingt wie ein Emissary. Diese Stimme habe ich schon lange nicht mehr gehört und ich glaube fast, der Avery Brooks hat sich nochmal seine Performance aus dem Pilotfilm angeguckt, damit er ab und an mal so diesen Ton trifft, den er auch dann trifft, wenn er der Jennifer in so einer Vision begegnet ist. Oder er spricht Jennifer immer so aus, wenn er so, hier ist Jennifer Rush. Aber es ist doch nicht die Folge Destiny diesmal, Simon. Mein Gott, Sebastian, ich will dich aufziehen. Natürlich, du hast recht. Es ist, ja, diese Emotion ist da drin und als er das Bild gesehen hat, habe ich das auch erwartet. Also ich habe es jetzt tatsächlich erwartet, dass er das so ausspricht. Also von daher, Jennifer. Und das ist natürlich die Überredung überhaupt, weil der Meister sagt auch, ja, wir bringen die um. Wenn wir die nicht rausholen können, dann, also das Ding da können wir sie nicht entwickeln lassen, das Gerät, das müssen wir so umbringen. Und das ist natürlich, jetzt hat er ihn. Damit hat er ihn, den Spencer. Ja, weil Cisco sagt jetzt, ich kann sie ja nicht nochmal sterben lassen. Klingt alles total logisch. Jetzt will ich nochmal, jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich. Hat der O'Brien, dadurch, dass er den Cisco geholt hat, aus unserem Universum, hat er den nur deswegen geholt, weil O'Brien selber Jennifer Cisco nicht umbringen will? Weil O'Brien geht ja davon aus, dass er sie nicht überzeugen kann. So. Und Ciscos Idee ist es ja eher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Jennifer zu überzeugen, statt sie umzubringen. Wenn jetzt aber der O'Brien die Möglichkeit gehabt hätte, Jennifer umzubringen, warum holt er dann Cisco geholt und es nicht gemacht? Er ist ja der Einzige, der in gewisser Weise er selbst ist, im Spiegel-Universum. Letzte Woche, in Staffel 2 haben wir festgestellt, der Meister ist halt ein Meister, dem Scheiß-Sachen passiert sind. Ja, was heißt dem Scheiß-Sachen passiert sind? Dem noch scheißere Sachen passiert sind als unser Meister, ja. Da gehört eine Menge zu, aber es ist so. Und der ist, glaube ich, kein Mörder. Also ist das sein Plan von Anfang an? Ja, aber du hast schon völlig recht. Warum holt er den? Das ist ja ein aberwitziger Plan. Richtig. Wir können hier nur dieses Array davon abhalten, dass es fertiggestellt wird, indem wir den Typen da aus dem anderen Universum rüberholen. Also die einzige Erklärung, die ich habe, ist tatsächlich die, dass man Cisco benutzt, um auf Deep Space Nine zu kommen. Wie ich es vorhin ja schon so mal einfach gesagt habe. Ja. Ja, aber jetzt diskutieren die darum, umbringen oder überzeugen? Na ja, keine Ahnung. Weil das ja von Cisco verlangt, dass er seine Frau nochmal umbringt, das ist ja komplett überzogen. Ja. Das ist so ein bisschen schief, finde ich. Also das ist so ein bisschen, wenn du da länger drüber nachdenkst. Während der Folge ist mir das nicht aufgefallen. Während der Folge habe ich das einfach gefressen, ja, und habe gesagt, ja klar, macht ja Sinn. Cisco und Jennifer Cisco. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich es ein bisschen komisch. Ja, könnten die diese Mission nicht ausführen, ohne den Cisco dabei zu haben? Das ist exakt meine Frage, ja. Es sei denn, sie brauchen ihn, um auf die Station zu kommen, weil sie anders eigentlich nicht kommen. Es sei denn, sie brauchen ihn. Oder er ist irgendwie generell so ein bisschen, weiß ich nicht, wie Fernand Branka. Man sagt im Spiegel-Universum, er habe magische Kräfte. Vielleicht ist es das. Also, das ist die Ausgangslage. Und Cisco sagt, na gut, dann mache ich das halt. Dann sind wir auf Terror-Knor. Wir erinnern uns, hier ist ja nichts mit Deep Space. Nein, das ist ja alles Terror-Knor. Und wir gehen in das Quartier der Intendantin. Und da finden wir sie so vor, wie wir sie quasi schon kennen. Die hockt da und lässt sich verwöhnen. Da sind Vorhänge, jede Menge Vorhänge. Zu erotisch bei Star Trek gehören immer seidene Vorhänge, die dann irgendwo hingehängt werden. Das muss so. Ist das nicht so, in deinem Schlafzimmer hängen da nicht überall seidene Vorhänge und so und du bist dann lassiv jeden Abend dran vor. Machst du nicht? Nee, okay. Das ist total komisch. Das ist so eine Playboy-Video-Ästhetik, ne? Die dann immer so gefahren wird. Das soll sein. Das geht nicht ohne. Total Panne eigentlich. Oder so sexy Sportclips, Simon. Sehr amerikanisch, finde ich das einfach. Also diese amerikanische Ui-Ui-Ui-Variante von Erotik, ne? Mit wallenden Vorhängen und all sowas. Wir Deutschen lachen da so ein bisschen drüber immer. Es ist schon so ein bisschen Panne. Ja, und dann liegt sie, da hat sie zwei Lustsklaven, einen Typen und eine Typin. Und dann stehen auch noch zwei Vulkanier mit Fächern, um da so ein bisschen die Überhitzung rauszunehmen aus dieser Situation. Und ich habe die ganze Zeit, Simon, habe ich nur Augen gehabt für den Hut von dieser Lustsklavin. Was ist das denn? Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich wurde von Nana Visitors Beinen abgelenkt. Aber erzähl doch mal. Das sieht aus wie so eine Art, so ein bisschen wie so ein Deerstalker, wie das, was der Sherlock Holmes immer auffahrt. Nur so aus Blech. Und dann sind da so Trauben dran gehängt an den Hut. Das sieht grenzdebil bescheuert aus, diese Kopfbedeckung. Ich weiß ja nicht, wie das auf Bayer ist und kein Kinkshaming. Aber wenn ich eine erotische Situation erzeugen möchte und dann setzt du, ich vor allen Dingen, dann setzt du der Frau so einen Hut auf, Simon, dann macht es bei mir, ehrlich gesagt. Aber sind das die Trauben? Werden die da auch von dem Hut gepflückt dann? Nee. Also ich meine, das ist ja alles hier so ein bisschen römische Dekadenz irgendwie so, die wir hier sehen. Vielleicht gehört das dann einfach dazu. Ich weiß nicht. Also, aber ich muss mir die Szene nochmal angucken. Nicht wegen, sondern wegen diesem Hut auf jeden Fall. Ja, guck dir mal diesen Hut an. Also hätten sie den weggelassen, wäre das schon einfach eine okaye Szene gewesen, vermutlich. Naja, wir wissen ja auch, ein wichtiger Charakter im Spiegel-Universum ist der Garak, der ja auch so ist wie unser Garak, nur böse und niederträchtig, durch und durch. Und dumm, finde ich. Und dümmer, genau, wesentlich. Also er ist eigentlich ganz anders. Primitiv. Quatsch, was ich da gesagt habe. Eine primitive Variante unseres Garaks, ja, aber mit demselben Habitus so, wie er redet. Und, naja, die Kira ist halt in dieser, komm rein, Stimmung und irgendwie sowas. Garak bringt gerade die Nachricht, dass Benjamin Sisko tot ist. Oh, das gibt's ja überhaupt nicht. Die Jennifer Sisko steht auch dabei. Richtig, Jennifer ist auch dabei. Die steht auch dabei und ist gar nicht so traurig, wie man meinen könnte, dass ihr Ehegatte verstorben ist. Denn sie, wir erfahren jetzt hier, den hat sie seit fünf Jahren nicht gesehen und überhaupt ist ein Arschloch und der hat schon jetzt ein paar Monate seine Tantiemen nicht mehr bezahlt und kann nicht bitte wieder gehen. Ich hab Quatsch erzählt, ich muss mich eben korrigieren, Sebastian, wenn du erlaubst. Ja, bitte. Kira will das Jennifer mitteilen. Also Jennifer ist auf der Station, Garak bringt Jennifer und Kira weiß das natürlich schon und sagt, das ist ein Jennifer. So, jetzt darfst du. Ja, gut. Das Einzige, was sie bedauerlich findet, ist, sind da noch andere umbekommen? Ja, ein ganzes Schiff voller Terraner, ja, da muss er mal aufhören, sowas. Ja, und jetzt geht es auch um, ja, wenn du mal hier langsam fertig würdest, dann hören wir auch damit auf. Dann we'll be able to locate the rebel bases, Simon. Und dann ist doch, also wenn das keine Star Wars Lingo ist, im nächsten Moment sagt sie dann auch Alliance. Und sie sagt jetzt hier etwas, wo man einfach nur denkt, die Jennifer muss ja unfassbar behämmert sein. Weil sie sagt, du gibst uns dann die Technologie, dass wir die finden können und dann hört das Töten auf, weil ich mach das nicht. Weißt du, die größte Sadistin überhaupt erzählt, ich will doch keinen umbringen und die glaubt das. Ja, ja, das ist auch so ein Punkt, da müssen wir später noch ein bisschen drüber reden. Jennifer, das warum, warum ist sie überhaupt in dieser Situation hier und glaubt sie, ist sie wirklich so naiv, um zu glauben, dass wenn sie die Atombombe baut, ja, also quasi das Äquivalent dazu, dass man die dann alle findet und so weiter, dass dann die Gewalt endet. Also, oder ob es da vielleicht noch was anderes hinter steckt, mal schauen. Ich finde es auch ein bisschen komisch hingebogen, dass die jetzt Wissenschaftlerin ist, das Spiegel-Universums-Counterpart. Alle machen ja so ein bisschen so das Ähnliche zu dem, was sie im Anderen gemacht haben und sie ist Wissenschaftlerin. Ich will niemandem sagen, ich will nicht sagen, die kann keine Wissenschaftlerin werden, nichts läge mir ferner. Was war die denn vom Beruf in unserem Universum? Ja, was war die? Vielleicht war sie Wissenschaftlerin. Die war ja mit an Bord auf der Saratoga. Vielleicht war sie Wissenschaftlerin. Ja, das kann sein. Die war ja nicht nur, die war ja, sie war ja, also, wir haben sie nur kennengelernt als Mutter und Ehefrau, ne, aber die hat ja vielleicht einen Job gehabt, das wissen wir noch nicht. Ja, okay, dann ziehe ich das zurück. Wer weiß, was sie war. Wer weiß, was sie war. Aber dass sie so eine, dass sie jetzt hier wirklich so eine Lise Meitner ist irgendwie, finde ich ein bisschen interessant. Ist das interessant? Oder Marie Curie oder so. Marie Curie, ja, das ist der Punkt, sie ist halt die Einzige, die er es entwickeln kann. Also sie ist eine absolut brillante Wissenschaftlerin und dann mit Cisco verheiratet gewesen, diesem Typen hier. Ja. Und dann ist sie noch an Bord und dann, also viele Dinge sind hier in Bewegung gesetzt worden, damit diese Geschichte funktioniert. Um es mal so zu formulieren. Ist so, ja. Also, sehr, Kira wie immer total lassiv und Caligula-mäßig so ein bisschen. Und jetzt schalten wir nochmal kurz zurück in die Badlands und Cisco wird gebrieft von O'Brien, der hier ja eher unter den Namen Smiley bekannt ist. Also er hat, also er hat, er hat den Cisco jetzt ein bisschen gebrieft, so gut es geht und jetzt fliegen die los. Fliegen Richtung Deep Space Nine und unterhalten sich ein bisschen. Spence hat sich auch mal umgezogen, hat jetzt auch so einen wunderbaren Wams an, wie man ihn dort hat. Und interessanterweise in dem Gespräch lässt der Smilester, oder der Smilester, lässt der Smilester, ich glaube ja, das wäre dann richtig, ne? Ja, Smilester. Der Smilester. So, der lässt dann mal so fallen, dass der Käpt'n Cisco in deren Universum ganz schön nutzlos war, ja. Er sagt, in gewisser Weise ist die Rebellion ohne ihn besser dran. Also verstehen sie mich nicht falsch, der Käpt'n konnte schon kämpfen, aber dann hört es auch auf. Und das macht es ja noch ein bisschen merkwürdiger, dass sie denken, oh jetzt ist der weg, jetzt können wir ja nichts mehr reißen, jetzt brauchen wir seinen, seinen Counterpart aus dem anderen Universum. Ja, genau, also ich denke mal der Cisco, der Spiegeluniversum Cisco, der war so ein Typ, der war ein Arsch, durch und durch, ne? Aber er war genau derjenige, der diese, wir lernen ja noch ein paar andere Arsche kennen, der diese Arsche unter Kontrolle bringt, um die zu sammeln hinter sich. Dass die da los, gemeinsam gegen die, weil er halt stark genug ist, diese Egos da in Schach zu halten. Und dafür war er nützlich, ne? Okay. Er war aber, glaube ich, als Typ kein guter Mensch, so, sondern er war halt in diesem Moment ein guter Anführer in dieser Sache. Und ich glaube, vielleicht spielt das, das ist, das ist genau das, was so ein bisschen unklar ist, warum der Cisco da ist. Vielleicht hätte es ja auch so sein können, dass der Smilester sich überlegt, die, die gehen sich gleich an eine Gurgel und ich brauche den mal, um hier wieder ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Das hätte ich sogar nachvollziehbarer gefunden noch, als die Sache mit Jennifer irgendwie. Das ist alles ein bisschen unklar. Alles ein bisschen unklar, ja. Das klingt fast so, als hätte man dann noch einmal übers Drehbuch drüber gemusst. Richtig. Mit lediglich dem Gedanken, jetzt machen wir mal Klarheit irgendwie hier. Ja. Der Spencer sagt auch, ja, ich bin ja ein Meister im Improvisieren und dann, na gut, bieten wir mal rüber. Und rüber ist dieses Hauptquartier, was wir da haben. Und das Hauptquartier, das ist so diese Standard-Minister-Jaro-Höhle, wo du schön oben stehen kannst und gute Reden schwingst. Aber oben steht keiner. Stattdessen sehen wir da den Julien, Simon. Und da bin ich fast, da habe ich einfach gedacht, das gibt es ja überhaupt nicht. Guy Brush Bashir Wood. Ja. Ja. Jewel Brush Bashir Wood eher. Ja, der sieht so ein bisschen aus, wie, also der jetzt ist wirklich hier Piratenhausen angesagt, ja. Also so schwarze Haare, irgendwie lang, so zum Zopf gebunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und auch im Wantika-Modus wieder so ein bisschen, ja. Ah, ich bin's. Der Bashir, weißt du? Und ja, das ist immer, wenn der auftritt, ist es immer schwieriger. Diese Haare ist eine wahnsinnige Perücke, finde ich, Simon. Ich bin ja auch. Und mir sind neulich Fotos von mir in die Hände gefallen aus der Grundschule. Da hattest du genau so eine Frisur. Da hatte ich exakt genau so eine Frisur. Nein, Simon, ich bin eines Tages an Karneval, nämlich bin ich, sagt man heute nicht mehr, aber in den 80ern war das ein legitimes Kostüm. Ich bin als Penner gegangen zum Karneval und da habe ich mir so Sachen angezogen. Ich glaube, wenn ich mich damit ins Gänsegärtchen am Rathaus sitzen würde, die würde mich in den Rathausbrunnen einlegen als nächstes. Die Kollegen, die da sitzen, die würden das nicht so ernst nehmen. Aber ich habe natürlich auch so einen Bart, der war ja unrasiert. Und zu diesem Zweck hat meine Mutter mir so Schuhwichse ins Gesicht gemalt, untenrum, wie so ein Schatten, wie so ein Bartschatten. Und exakt so sieht der Julian hier aus. Ich kann den nicht ernst nehmen. Der verkleidet einfach. Der sieht aus. Ich finde es auch, es ist jetzt schon ein bisschen Ohnseuchtheater, was hier passiert. Also die sind halt wirklich alle völlig drüber. Und es sitzt ja nicht nur Bashir da, es sitzt ja auch Rom da. Rom, unser Rom. Sogar nachvollziehbar, dass er da sitzt, weil die haben ja seinen Bruder kalt gemacht und das ärgert ihn auch. Ja, und deswegen ist er da. Und dann ist ja nicht nur Bashir und Rom da. Nee, dann hat sich auch ein Vulkanier dazu gesellt. Und das ist eine große Überraschung. Wer ist da, Sebastian? Special Guest Star, Tim Russ as Tuvok. Als Stimme der Vernunft. Macht nicht so ein Remi-Demi, wir wollen doch hier. Simon, was war da denn los? Spielt genau seinen Charakter, ne? Ja. Ja, das war eine Idee von Rick Keith Berman. Der bestand nämlich darauf, dass man ein wenig Werbung für Voyager machen sollte, indem man Tim Russ Tuvok in die Story einbaut. Im ursprünglichen Drehbuch war ja eigentlich Sarkona vorgesehen, die waffenschiebende Vulkanierin aus dem Zweiteiler The Marquis. Finde ich aber eigentlich ganz clever, den Tuvok hier zu sehen. Ja, ja. Ja, es ist ein Marketing-Ding. Ja, es ist vielleicht sogar ein Gimmick. Aber es passt auch irgendwie, dass der in den Badlands rumhängt und sich so einer Rebellentruppe angeschlossen hat. Vielleicht auch hier wieder nur zur Tarnung. Das erfahren wir nicht so richtig. Vielleicht ist er Spion, ne? Vielleicht ist er auch wieder irgendwie so ein Doppelagent. Oder das Spiegel-Universums-Ding ist, dass er es da gerade nicht ist. Sondern es ist da. Da ist er. Da ist er wirklich. Ja. Von daher, ich fand das irgendwie gut, Tuvok. Naja, und der Streit ist jetzt, was machen wir da? Bashir ist so dieser aggressive Typ, der will die Station in die Luft jagen. Wir schmuggeln da Bomben rein und niemand wird überleben. Und die andere, die Erwähnung ist ja auch, ja, ist ja eine tolle Idee, wenn wir das machen. Denn wer soll denn das überhaupt machen, ne? Der fliegt ja sofort alles in die Luft und so. Und in diesen Streit gerade kommt jetzt der Cisco rein. Oh, wir dachten, du wärst tot. Ha, das ist die Propaganda-Maschinerie der Allianz. Ja, also die Gerüchte von meinem Tod sind, wer hat das nochmal gesagt? War das Mark Twain? Egal. Irgendein Berühmter hat das gesagt. Sind stark übertrieben. Und in dem Moment, wo er das sagt, meldet sich noch jemand anderes zu Wort und sagt, es ist ja schön, dass du wieder da bist. Und jetzt ist sie da. Simons Liebling Dax kommt jetzt rein. Dax ist da, ja, mit Frisur. Mit schicker Frisur. Anderer Frisur einfach. Kommt rein, gibt ihm einen Kuss. Du bist offensichtlich die Geliebte von, oder Freundin von dem Spiegeluniversum Cisco. Ich habe dich vermisst. Das ist dafür, dass ich dich vermisst habe. Und dann gibt sie ihm Patsch, Schnorrfeige. Und das ist dafür, dass ich geglaubt habe, dass du tot bist. Und ja, offensichtlich gehören die hier, sind die hier zusammen. Der lässt das auch so ein bisschen über sich ergehen. Er ist relativ passiv. Wo er dann als Lachpirat gemacht hätte. Was? Und dann sagt auch jemand, kommst du, also jemand, Dax sagt das, kommst du jetzt mit ins Schlafzimmer oder nicht? Und dann geht er auch einfach mit, als er dann vom Smileser hört, dass sie seine Geliebte ist. Da, wo der Lachpirat noch gemacht hätte, zu allen anderen, damit sie das auch mitbekommen. Ja, genau. Jetzt geht's ins Schlafzimmer, Freundin. Also eigentlich müssten alle jetzt schon sagen, wann ist mit ihm denn? Nee, schon, ey. Ja, und jetzt vor allen Dingen, jetzt passiert ja was. Also der geht jetzt in dieses Kämmerchen, in das Schlafzimmer des Sisko. Dax macht sie auch gleich ein bisschen frei und kommt dann mit klaren Absichten auf ihn zu. Und er will sich da erstmal so ein bisschen rausreden und sagt, wir haben keine Zeit, wir müssen planen. Das kann warten, das kann warten. Und dann, ja, gibt er seinen Instinkten nach, interessanterweise. Also er macht nicht den moralischen hier und sagt, nee, das geht nicht, sondern er denkt sich, what happens in the Spiegel-Universum stays in the Spiegel-Universum. Zumindest aus seiner Perspektive. Macht er das, weil er wirklich jetzt Bock hat auf ein Schäferstündchen? Oder macht er das, weil das zu der Story gehört? Weil das ist ja seine Geliebte und dann kann er das auch... Weil, Simon, ich kann mir nicht vorstellen, Dax ist ja the old man. In Dax sieht er ja Curson, in Dax sieht er ja... Und es scheint ja auch hier, weil sie wird ja mit Dax angesprochen, sie scheint ja auch hier nicht Jadzia zu sein, die unjoined ist, sondern sie hat auch hier den Dax an Bord. Ich glaube, er hat da sehr... Er ist conflicted, wie der Amerikaner sagt in diesem Moment. Also so ein bisschen wurde darauf angespielt, dass er Dax als Frau durchaus attraktiv findet. Aber natürlich ist da sein old man, sein Kumpel drin und so weiter. Und es wäre auch total unangebracht, diese Beziehung zu machen. Hier ist es aber eben nicht sein Kumpel. Das ist eine... Klar, das ist irgendwie schon die Parallelversion davon, aber es ist eine andere Person. Und dann denkt er natürlich, erklärt sich das wahrscheinlich in dem Moment auch, na gut, ich muss jetzt irgendwie mitspielen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht auch so denkt oder empfindet. Und naja, dann machen wir das hier halt mal. Also wenn es um ein Schäferstündchen mit Dax geht, dann ist er auf dem Standpunkt, dass das Spiegeluniversum was ganz anderes ist und dass du die Personen eigentlich nicht miteinander vergleichen kannst. Aber wenn es um seine Jennifer geht, die ja auch eine völlig andere Person ist, die man nicht mit seiner Jennifer, die vor drei Jahren gestorben ist, vergleichen kann, dann denkt er, oh ja, die muss ich aber mal retten. Was denn jetzt? Ja, nee, also ich finde, du argumentierst ein bisschen zu absolut. Ich glaube schon, dass er auch sich das rationalisiert, indem er sagt, ich muss das jetzt machen, damit meine Tarnung nicht auffliegt. Ja, also das würde ich sagen, ja, okay, klar. Er kommt nicht raus, aber er, ich glaube auch nicht und ich finde, es ist auch nicht so gespielt, dass er ein Megaproblem damit hat, das zu tun. Und der Vergleich zu Jennifer, das stimmt, aber Jennifer, er war mit Jennifer verheiratet, hat mit ihr ein Kind gehabt und sie ist gestorben in seinem Universum. Und darunter leidet er sehr lange und das ist vielleicht schwer zu vergleichen. Ich weiß es nicht, also die Folge gibt mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Ich versuche das irgendwie so und er denkt sich jetzt, ja gut, ich mache das jetzt, aber ein Teil von ihm, denke ich, findet das auch nicht total schlecht. Und in meinem Kopf bleibt einfach nur übrig, jetzt haben sie Sisko mit Tags Sex haben lassen, das finde ich einfach nur super weird. Das ist ja weird, das ist im Spiegeluniversum. Ja, aber es ist ja nicht der, wenn es der Spiegel Sisko wäre und, aber das ist ja unser, unser Spencer. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu, nicht zu offen in der Hinsicht, aber ich finde das komisch. Es ist ja nicht so, dass er sie jetzt heiratet. Ja, nee, ja, nee, aber na gut. Also ich weiß nicht, was ich davon jetzt so halten soll. Das führt ja auch zu nichts. Nee, es führt zu gar nichts. Es ist ja nicht so, dass dann da jetzt ein Liebesdreieck entsteht, dass es, weißt du, man könnte ja das zu einer wunderbar spannenden Geschichte machen, dass die Dax dann hinterher Probleme hat, wenn es auf einmal auf der Station dann funkt zwischen ihm und seiner Ex-Frau. Aber das passiert nicht. Also wofür braucht man dann den Charakter der Dax? Nur, um ihn mit ihr ins Bett steigen zu lassen und so einen unerhörten Moment zu schaffen. Und das ist eines der grundlegenden Probleme, die ich mit dem Spiegeluniversum habe. Und nicht nur in dieser Folge, sondern auch in vielen Folgen später, dass viele Sachen nicht aus Story-Gesichtspunkten passieren, sondern einfach nur da sind, damit unerhörte Dinge passieren. Und deswegen, das ist für mich irgendwie eine Gimmick-Folge. Das ist für mich so irgendwie, wir übertreiben hier jetzt mal und machen mal so ein bisschen, überschreiten irgendwie Grenzen oder so. Wo ich jetzt total zustimmen ist, dass die Story das hier überhaupt nicht hergibt. Ich bin aber auch ehrlich gesagt froh, dass es dann nicht so diese Dreiecks-Dings gibt am Ende, weil das ist auch so Klischee behaftet. Und das haben wir schon hunderttausend Mal gesehen, sowas. Das ist jetzt einfach so ein Moment für mich. Ja, dann hätten sie auch weglassen können. Hast du schon recht. Also, die Story gibt es nicht her. Es ärgert mich aber auch nicht, muss ich sagen. Also, es stört mich auch nicht. Es ist, ja gut, im Spiegeluniversum kann halt jetzt auch sowas mal passieren. Wo ist denn das Spiegeluniversum aus Crossover hin, Simon? Wir haben ja nicht aus Zufall den D. Kelly Award gezückt. Das war ja ein kompromissloses, ein düsteres, ein schlimmes Universum, wo ein Odo explodiert und so Matsche überall hinfliegt. Wo Quark als Verräter abgeführt wird und total verzweifelt, wo Emotionen, wo wirklich Dramatik passiert, was wirklich eine schlimme, gekippte Welt ist. Wo ich mir denke, wow, das hat eine sehr, sehr hohe Dramatik einfach. Deswegen habe ich zumindest letzte Staffel da den D. Kelly ins Spiel gebracht. Und ich sehe von dieser düsteren Hoffnungslosigkeit und von der hohen Dramatik sehe ich hier nichts mehr in dieser Folge. Ich sehe davon nichts mehr. Es ist einfach, du hast vorhin schon als war ein Ohnseuchtheater gesagt. Ja, genau. Es ist halt Indiana Jones 3 und das andere war Indiana Jones 2. Ja, sehr guter Vergleich, ja. Ja, ja, bin ich dabei. Das hat überhaupt, also diese Tragweite hat es verloren. Deswegen meinte ich auch ganz am Anfang von unserer Besprechung, wir sind heute auf einem Abenteuerfilm. Und ich meine den, wo Richard Chamberlain als Quarterman zu diesen Kannibalen geht, ja. Also das ist, ja, man kann es nicht wirklich ernst nehmen. Bei Bashir ist es bei mir gekippt. Die Szene, das hast du ja auch richtig gesagt, ist jetzt einfach da, weil, ja, okay, jetzt macht er halt. Da ist die Elsa und er ist Indiana Jones und jetzt passiert da halt irgendwie was, obwohl er eigentlich nicht will. Allein mir fehlt das Verständnis dafür, Simon, dass man sich Crossover anguckt und da ist ja jetzt nicht ein anderes Kreativteam auf einmal, dass die denken, nach so einem Schwergewicht machen wir jetzt sowas Seichtes und Belangloses wie das hier. Lass uns mal weitergucken. Ja. Ob es so bleibt, ob es so belanglos ist und jedenfalls, ja, Cisco geht mit Dex in die Kiste. Und auf der Station sollen wir jetzt mal so einen Moment bekommen, der die Intendantin noch mal als dieses Monster-Over bringt, ja. 15 Prozent hat die Produktivität nachgelassen. Ja, dann wollen wir doch mal sehen. Gehen wir mal runter, sagt sie, zum Gareich. Und dann gehen sie auch runter und dann sagt sie, hier, äh, ihn und ihn und sie. Die werden jetzt einfach umgebracht und zwar ohne Grund und weil das ist so eine willkürliche, urplötzliche Grausamkeit, die hält die Produktivität vielleicht wieder, die bringt die vielleicht wieder nach oben. Nun. Wieso denn? Ja, wir bringen die um, damit die alle hier auf der Hut sind und richtig arbeiten, damit die Angst haben und tatsächlich führen die Kardasianer die dann ab und die werden dann offscreen erschossen. Also ja, diese Szene ist da, um nochmal, wie du sagst, zu zeigen, okay, die ist wahnsinnig diktatorisch irre, einfach nur. Und warum ist eigentlich deine Laune so scheiße, möchte der Gareich jetzt wissen. Ja, das ging doch los, als du davon gehört hast, dass dein, dass dein Lieblingslustsklave, nämlich der Spencer Sisko, gestorben ist. Und sie versucht das so zu überspielen, indem sie sagt, das sind doch wunderbare Neuigkeiten. Hm, ich weiß ja nicht. Irgendwie mochtest du den doch schon, ne? Da kommt noch so ein bisschen Garak durch, ja, so wie wir ihn kennen, dass er eher so ein bisschen auf die Nerven geht quasi und er hat ihr doch irgendwie was bedeutet, dieser Sisko. Wie viel wissen wir nicht genau, aber sie wollte, glaube ich, seine Akzeptanz, seine Bewunderung haben. Diese Kira, die ist ja so eine Person, die definiert sich ja unheimlich über ihre Macht und dass sie, weißt du, dass alle zu ihr aufblicken und so. Sie ist ja total narzisstisch und das hat ja Crossover so schön herausgearbeitet, dass Kira in sich selbst verliebt war. Und das soll uns so ein bisschen dieses Ding zeigen, das kann ja nicht sein, dass der so frei ist. Und das macht ihn aber auch gleichzeitig attraktiv, diesen Sisko, dass er sie eben nicht anhimmelt, sondern dass sie sich auch ein bisschen, dass sie ihm so ein bisschen verfallen ist. Das ist so die Dynamik zwischen den beiden. Und die Dynamik zwischen Kira und dem Garak, die ist ein wenig wie zwischen dem Darth Vader und dem einen Typen, der ganz lange überlebt. Captain Nieder, nee, Nieder, wie heißt das? Nee, Captain Nieder ist ja derjenige, wo er sagt, Entschuldigung, angenommen, Captain Nieder und der überlebt ja nicht so lange. Aber dann gibt es doch den einen, der es bis in den dritten Film schafft und der erst dann drauf geht, als der A-Wing in die Brücke reinknallt. Richtig. Und dieser Typ, der ständig rumläuft und um sein Leben fürchtet, weil er alle anderen seiner gleichrangigen Arbeitskollegen immer umgebracht hat. So ein bisschen ist Garak, auch so ein bisschen dümmlich, aber sich so immer am Durchschlagen. Und das kommt nämlich hier auch dadurch mal wieder raus, dass er sagt, die Rebellion, die wird fallen. Ja, du laberst wieder und wenn das in die Hose geht, du weißt wenig, du weißt, wem ich die Schuld zuweisen werde, Garak. Bei den Rebellen ist jetzt, weiß ich nicht, Stunde später oder sowas und das ist eine interessante Szene, finde ich, denn wir sehen jetzt den Sisko, wie er am Bett kniet quasi so, ganz nachdenklich ist. Aber auch Dex guckt ihn an, auch so ein bisschen nachdenklich und da habe ich mir so gedacht, ja, der ist zwar dieselbe Person irgendwie, aber die kennt ihn ja schon ziemlich gut. Und es kann durchaus sein, dass er sich ganz anders verhalten hat während des Schäferstündchens, als sie es gewohnt ist. Und sie wirkt so nachdenklich und denkt auch so, irgendwie ist der, das war irgendwie jetzt ganz anders. Sie sagt es aber nicht, das bleibt so im Raum und das finde ich cool. Ja, 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 sie sagt, du bist ein bisschen ab, krass, was du da rein interpretierst, aber dann gut, dann finde ich super. Vielleicht war ich schon so ein bisschen zu ausgestiegen, wäre ich mal ein bisschen mehr an Bord geblieben. Du machst mir, du gibst mir ja gerade wieder gute Handreichungen in die Folgen rein. Das wollte ich. Sie sagt ja auch, du bist abgelenkt, Kollege. Jetzt kommt nämlich heraus und das finde ich wiederum ein bisschen interessant, aber auch daraus wird nichts gemacht. Dass sie diejenige ist, die sich denkt, ach, weißt du noch, als wir gar nicht so Rebellen waren, sondern als wir einfach Zoll einkassiert haben für die Intendantin, das waren doch die Salad Days, ja. Da war doch noch alles in Ordnung. Und da wird jetzt so aufgebaut, dass vielleicht die Dags das so unterwandern könnte oder wieder dafür sorgen möchte, dass man wieder in die Dienste der Intendantin gerät. Und ich fand das interessant zu hören, nur es wird nichts draus gemacht. Nee, wird nicht. Sie sagt ja auch noch, lass uns einfach abhauen. Also komm, wir packen jetzt Sachen zusammen und wir verschwinden einfach. Lassen das alles hinter uns und machen irgendwo, weiß ich nicht, eine Reisfarm auf oder so. Nee, sagt Cisco, geht nicht, wenn wir wir abhauen und wenn ich mich nicht um diese Sache kümmere mit dem, mit diesem Sensor-Ding, was die Jennifer entwickelt, dann wird die Rebellion sterben. Alle werden sterben und das kann ich nicht machen. Im Hauptquartier geht jetzt die Diskussion los mit dem Begier, denn der Begier ist ja derjenige, der sagt, ich will da Remi Demi machen, ich will da das mit dem Überreden von der, dass sie da mitkommt, das klappt gar nicht. Wir müssen da schön auf die Kacke hauen, ja, und guck dir das doch an, die haben doch dein Schiff letztes Mal zerstört, bevor du überhaupt die Station erreicht hast. Und jetzt kommt so dieses typische Ding, dass dann der Smilester ihm zuflüstert, ey, ey, psst, hau ihm eine rein. Das würde der Cisco machen. Zuflüstert ist gut, ne, er sagt es relativ laut und stellt sich vor dem Begier, der im Hintergrund tobt und ich dachte mir auch so, das hat dann jetzt alle gehört, dass der Smiley ihm sagt, schlag ihn, schlag ihn, das würde der echte Cisco machen. Ja, und das fand ich auch albern irgendwie. Und das macht Cisco dann auch, dreht sich um, haut dem Begier eine rein und jetzt, äh, ja, geht er wieder in diese Rolle des anderen Ciscos. Hat irgendwer ein Problem? Ja, wir machen das so, wie ich das sage und Dax zieht eine Waffe und unterstützt ihn direkt, ne, also sie scheint auch so eine Art Leibwächterin für ihn zu sein. Zumindest ist sie extrem loyal und dann macht er, finde ich, auch wieder einen Fehler, der Cisco, weil der sieht die Waffe, dann kickt dieses Starfleet-Ding ein, ne, mach die Waffe weg, mach die Waffe weg, weil, weißt du, man denkt so weiter, hinterher sterben hier noch Leute. Ja. Und dann ist Dax, guckt ihn total verwirrt ein, was, ich soll die Waffe wieder wegstecken? Okay, na gut, hä, was ist denn mit dem los, der ist so komisch. Aber ja, es wird daraus nichts gemacht. Aus Dax Misstrauen, was ich da rein interpretiere, wird nichts gemacht. Und auch der Begier ist einfach durch einmal vor die Zähne, ist er jetzt, alles klar, wer mir so schön in die Fresse haut, der ist mein Chef. Richtig. Das ist jetzt völlig klar für den, ja. Offscreen wird jetzt offenkundig ein Plan geschmiedet, dass man sie rettet, indem man was macht, wo man zuerst einen Verrat wittert, ne, also der Smilester sagt jetzt auch nochmal, so eine Wissenschaftlerin wie die können wir gut gebaut und überlege mal, was die uns für Apparellos bauen könnte oder was die uns sagen kann, was die für Apparellos, für die Gegenseite gebaut hat, also das ist ja, da kannst du ja gar nicht, in Latin, um nicht aufzuwiegen, deswegen holen wir die mal besser. Na gut, machen wir das. Ja, und dieser Plan wurde jetzt in Bewegung gesetzt und zwar dieser Verräter ist Rom. Rom spielt diese Rolle des Verräters und er tischt der Intendantin Brühwarm auf, auf Deep Space Nine, ah, der Sisko, der lebt übrigens und die kommen hierher und wollen die Jennifer entführen. Auf Terrognor übrigens. Auf Terrognor, genau. Ja, ja, klar, nicht in den Höhlen. Nein, du hast Deep Space Nine gesagt, deswegen habe ich nochmal Terrognor nachgeschoben. Auf Terrognor, ich dachte so, ja, geht dann durch so eine Tür und direkt daneben ist, das ist auf Deep Space Nine, weißt du, diese Höhle. Ja. Das wissen wir noch nicht. Gefilmt ist das so mit dieser langsamen, die Kamera zeige ich den erst sehr spät in Rom, dass wir wirklich als Zuschauerinnen, Zuschauer erstmal denken sollen, alles klar, die Saubacke. Aber das erfahren wir hinterher in so einem Nebensatz fast schon ein bisschen zu nebensetzlich, finde ich. Nebensitzig, genau. Dass er da schon in den Diensten der Spencer eigentlich noch immer gehandelt hat. Jetzt sind Smiley und Spencer unterwegs, gehen Terrognor, es gibt so eine interessante Szene, die man erst überhaupt nicht versteht, denn der Smilzer kratzt sich am Kopf. Kannst du mal damit aufhören? Und man denkt sich so, hä, ist der Sisko genervt? Aber tatsächlich hat das ja einen Sinn. Da wurde jetzt irgendwas implantiert und ausgerechnet der Techno-Frickeler-Smilster ist es, der davon genervt ist. Der ist genervt, aber der Sisko ist ja auch davon genervt, denn wenn der Smilzer hier kratzt, dann hört der Sisko das ja. Die haben ja so ein Kommunikationssystem jetzt, ne. Das hinterher wird ja das erstmal so klar. Achso, deswegen war er genervt, als er beim Sisko im Kopf gemacht hat. Hört er das wohl, wenn der Smilzer zur Toilette geht? So wie bei Nackte Kanone? Bissl, 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 bissl. Ja. Ja, dann lassen wir das. Ich glaube, ich würde lieber über Nackte Kanone reden. Aber gut, er sagt auch jetzt Sexmeister. Nein, wir haben noch Arbeit. Nein, das sagt er nicht. Was ist denn los? Entschuldigung, was passiert da jetzt? Ich bin so ein bisschen gerade von der Riechung. Ja, komm, ich mach mal schnell. Hier sagt O'Brien übrigens tatsächlich nochmal, wir sollten sie eigentlich lieber umbringen. Das wäre einfacher. Also das wäre schon irgendwie einfacher. Was nochmal auch erklärt, dass das nicht der Plan gewesen sein kann von Smilie. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig, logisch. Aber Wissenschaftlerin, wir brauchen sie hier, hast ja gesagt, die könnte neue Waffen entwickeln und alles mögliche. Jetzt kommt auch die Frage, seit wann ist denn deine Frau überhaupt gestorben? Dann sagt der Cisco, ja seit vor fünf Jahren ist sie gestorben. Und jetzt ist es ja so, dass mit den Jahreszahlen und mit den Jahresabständen ist ja Star Trek, da verhauen die sich öfters mal um ein Jahr oder um zwei Jahre oder so. Was meinst du, Simon? Stimmt das oder stimmt das nicht fünf Jahre? Seine Frau ist vor fünf Jahren gestorben. Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ist kürzer her, oder? Oder länger? Welche Staffel sind wir? Staffel drei von dir ist nein. Weiß ich nicht, sag's mir. Es ist tatsächlich einigermaßen akkurat diesmal. Also Best of Both Worlds Part 2, wo sie gestorben ist, ist etwa vier Dreivierteljahre her. Und da kann man schon mal aufrunden auf fünf Jahre. Da würde ich mal sagen, haben sie mal hinbekommen. Genau. Naja, und Cisco interessiert sich auch dafür, was denn da eigentlich schiefgelaufen ist. Und wie ist denn das überhaupt auseinandergegangen? Und Smiley sagt, na gut, der Cisco war jetzt niemand, mit dem ich irgendwie ein Dart spielen gegangen bin oder sowas. Aber was man so gehört hat, ist, dass die Jennifer von den sogenannten privilegierten Familien kommt. Also von den Terranen, die irgendwie Angestellte sind bei der Allianz und deswegen halt Privilegien haben. Also so diese Stadthalter sozusagen, die Pharisäer. Wie war eigentlich deine, Jennifer? War die auch so irgendwie? Und Cisco sagt dann, nee, sie war wunderbar. Sie war wunderbar, beste Frau der Welt. Die netteste und die fürsorglichste Frau der Welt. Gut. Also, ja, dann gibt es gleich eine Überraschung, sagt das Meister noch. Und jetzt kommen sie mal langsam an. Aber bevor sie ankommen, enttarnen sich ein kardassianisches und ein klingonisches Schiff. Und dann denken sie, ja, kämpfen, nee, wir ergeben uns besser. Also das ist jetzt die vermeintliche Falle, die der Rom dargestellt hat, ist jetzt zugeschnappt. Schnitt! Und man ist auf der Promenade von Terragnoa. Cisco und O'Brien werden da angeliefert. Und ja, Cisco muss ja jetzt seine Cisco-Rolle spielen. Das Erste, was er macht, ist, er geht rein und gibt der Intendantin einen langen, leidenschaftlichen Kuss. Und dem Garak, dem fällt alles aus dem Gesicht. Der denkt sich, der ist ja so sehr nah an der Empörung gebaut, dieser Garak. Was erlaubt? Ich will ihm Manieren beibringen. Und du hast auch mir versprochen, dass ich ihn umbringen darf. Er will auch immer umbringen. Ich möchte Schmerzen zufügen. Er ist auch so dieser, in welchem Film ist das nochmal, wo der Handlanger immer die Leute umbringen will? Und dann kriegt er immer gesagt, nee, jetzt noch nicht. Weiß ich nicht. Ach, das ist in, das ist, jetzt weiß ich, das ist Mr. Leech in The Big Goodbye. Hier das kleine Frettchen von dem Cyrus Redblock, also aus der Next Generation Episode. Das ist ja hier, wie heißt der nochmal, Larry Tierney. Da hatte die kleine Wiesel dabei. Und das kleine Wiesel sagt immer, ich will ihn erschießen, ich will ihn umbringen. Und Cyrus Redbox sagt, jetzt nicht, wir brauchen ihn später noch. Und so, Garak ist auch so, dass er immer gleich Gewalt, er will Gewalt anwenden. Es folgt aber trotzdem ein heikler Moment, wo sich dann die Aufmerksamkeit von Kira auf den O'Brien richtet. Nee, den Sisko lass mal, den bring mal, den lass erst mal, dauert noch. Aber hier, was machen wir denn mit dir? Ja, du O'Brien, du alter Kesselflickler, sagt sie dann irgendwie. Wie Tüftler nennt sie ihn, ne? Du Tüftler. Ich hab dich so gemocht, du hast immer so toll repariert. Aber du warst ja nie zufrieden. Du warst ja schon privilegiert. Du warst ja nie zufrieden. Du bist ja betrogen. Warum? Aber warum? Und O'Brien sagt, naja, ich wollte eigentlich frei sein. Ich wollte hier nicht Sklave sein. Pah, pah, sagt Kira, dieses Donald Duck, pah, du bist als Sklave geboren, du wirst als Sklave ändern, ab mit ihm in die Minen. So, und den anderen, den kannst du jetzt mir mal in mein Quartier schicken. Da wollen wir mal gucken, ne? Und dann sagt er das auch. Der eigentlich gefangene Sisko sagt das dann auch hier, ja, bring mich in ihr Quartier. Sie wird da entscheiden, was sie mit mir da ist. Och, empörend, dass du dir das ja rausnimmst. Ja, aber genau so wird es aber gemacht, meint sie dann, ja? Und da kommt er einfach nicht mit klar. Also das ist, das geht ihm quer, dem Garak. Das geht ihm quer, ne? Naja, und jetzt sind wir im Quartier. Und Sebastian, das ist auch so der Punkt, wo ich dachte, ich kann dieses scheiß Quartier nicht mehr sehen. Von Kira mit den Vorhängen und mit den Sofas und wo die Leute alle sitzen und so leicht amorös tun. Und irgendwann wurde es mir dann auch zu viel. Und hier ist der Punkt. Mach das doch mal ein bisschen dramatischer. Ja. Dass sie horny ist, das wissen wir. Ja, genau. Wir wissen es mittlerweile. Ist okay. Es ist okay. Aber wenn das ihre einzige Charaktereigenschaft ist, horny evil, dann wird es irgendwann auch mal, weiß ich nicht, nicht mehr so interessant zu sehen. Und dann ist ja auch der Punkt, da sind wir jetzt auch wieder bei, weil es halt auch Star Trek ist und es ist ja auch sehr zahm alles noch. Also man sieht ja irgendwelche Andeutungen und sonst irgendwas, weil sie ist ja auch nichts irgendwie oder irgendwas, was sich dann auch visuell nochmal bewegt oder da reinholt. Das gibt es ja alles nicht, das gibt es ja alles nicht, das ist wie so eine, it's moderately sexy evil. Und das ist nicht cool. Das ist so, weißt du, man kommt halt irgendwie nicht, es ist immer alles so irgendwie so angeteast, aber irgendwie wird dann auch nichts draus gemacht. Und das ist dann irgendwann stumpfst du halt ab, finde ich. Und das ist bei mir jetzt der Fall. Dann so, oh nee, das möchte sie nochmal. Da fing der auch tatsächlich an, den hinterdanten Charakter auf die Nerven zu gehen, der sich in Crossover noch total frisch angefühlt hat. Sie geht mir langsam echt auf die Eier mit ihrem Gesülze. Ich habe in Crossover halt bei Kira und Bashir, die es da ja rübergeschlagen hatte, gedacht, die kommen da nie raus. Das ist ja was für eine hoffnungslose Situation. Scheiße, wie sollen die da dann rauskommen? Aber dass der Spencer hier ein Problem hat und dann nicht wieder rauskommt, das ist zu keiner Sekunde für mich irgendwie fraglich. Das ist komplett spannungsarm für mich. Ich sitze da nicht und fiebere mit ihm. Ich denke, ja, ja, das wird schon irgendwie, weißt du, am Ende der Folge ist er wieder, ich spüre nichts von dem, dass ich auf meinen Nägeln kaue, so wie ich es bei Crossover getan habe. Nichts, es ist einfach so, ja, 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 die laufen jetzt da so rum und machen dann so die typischen Spiegeluniversumsdinge. Das ist doch schade. Das ist, ja, das ist, ja, das ist schade. Das wird hinterher, finde ich, aber noch schlechter, so in der Beziehung jedenfalls. Also, die beiden reden jetzt miteinander und es wird so ein bisschen über Ciscos Schicksal geredet, ne? Oh, was bekomme ich, wenn ich dich leben lasse? Ich will deine Loyalität. Sie will eben seine Loyalität. Sie will ihn brechen. Sie will ihn, dass er sie anhimmelt, ne? Sie hat aber auch das Problem, dass sie ihm nicht mehr vertrauen kann. Und sie sagt, deswegen muss ich dich eigentlich umbringen. Irgendwann. Und Ciscos spielt da natürlich mit und sagt, ja, du willst dich umbringen, ne? Ha, 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 ja, ja, schon, stimmt. Wann denn? Da muss ich drüber nachdenken, ja, und so. Oh, fürchterlich. Ja, ja, ja. Und jetzt kommt tatsächlich mal Voyager, hätte ich fast gesagt, jetzt kommt Voyager rein. Das wäre ein Plotwist. Jetzt kommt Jennifer rein. Und zwar in das Gastquartier. Sie wird von Garak vorbeigebracht, der anscheinend auch hier wieder vom Cisco gesagt bekommen hat, dass die vorbeigebracht werden soll. Habe ich auch nicht verstanden. Der hat da relative Narrenfreiheit, oder? Das habe ich nicht verstanden. Und ich habe auch nicht verstanden, dass er Jennifer überhaupt kommen lassen darf, die ja so eminent wichtig ist für die Allianz, dieses Ding zu entwickeln. Warum? Also ich meine, das ist doch der Anführer der Rebellion da. Und dann lässt Garak ihn auch noch alleine mit Jennifer. Wer sagt denn jetzt bitte nicht, dass der macht und der Jennifer mal eben das Genick bricht? Das hat mich wirklich aufgeregt jetzt, diese Szene. Die hat mich aufgeregt. Nicht das, was mit Dex war. Das hat mich aufgeregt. Das hat mich, weil das ist einfach dumm. Das ist dumm. Jetzt kann er nämlich die positive Variante von Grima Schlangenzunge hier machen mit der Jennifer. Exakt. Unbeaufsichtigt. Genau. Sie ist auch noch so komplett anti. Du bist ja der, du lebst noch. Du warst immer der unsensibelste, ungehobelste, egomanischste. Und überhaupt, und dann hast du auch noch mit jeder Frau rumgemacht, die deinen Weg gekreust hat. Und dein Schiff, dein Schiff. Wenn es nicht die Frauen waren, dann war es dieses blöde Schiff von dir. Und nee, also jetzt kommst du wieder angeschissen oder was soll das? Richtig. Warum bist du, wenn du mich so toll findest, wenn du mich so geliebt hast, was du jetzt hier behauptest, warum hast du mich verlassen, um Pirat für die Intendantin zu spielen? Und er sagt ganz weich auf nicht lachpiratige Cisco-Art, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich habe mich verändert, sagt er, glaube ich, irgendwann mal, ne? Ja. Ich habe mich verändert und sagt er dann auch ganz klar, ich bin hier, um dich zu retten. What? Aber ich will doch gar nicht gerettet werden. Nein, du musst mitkommen, du darfst nicht an diesem, an deiner Sensorik da weiterarbeiten. Nein, das wird nicht den Krieg beenden, so wie dir das vorstellt, sondern das sorgt einfach für ein gewaltiges Massaker. Alle werden umgebracht und überhaupt, das sind doch deine Leute, Jennifer, das sind doch alles Terraner. Ja, warum hast du das gemacht? Und jetzt stelle ich mir wirklich die Frage, warum hat Jennifer das gemacht? Wir haben vorhin gesagt, die kann ja nicht dumm sein. Die ist geniale Wissenschaftlerin und Sebastian, jetzt mal eine Frage, hat die das gemacht, weil sie es ihrem Ex-Mann heimzahlen will? Hat sie, haben die Emotionen sie übernommen? Sie scheint hier eine Idealistin zu sein, die denkt, ich kann mit meiner Wissenschaft das beenden, diesen schlimmen Krieg. Für diese Intendantin, die ist ja kein Oppenheimer, die für irgendwie einen amerikanischen Präsidenten irgendwas macht, sondern die arbeitet für eine komplett auf den ersten Blick irrsinnige Diktatorin. Also das lässt sich nur so erklären, dass sie so sehr in ihrem Wissenschaftselfenweinturm sitzt, dass sie nichts checkt. Sie denkt einfach, Wissenschaft, ja, aber das ist doch Quatsch, über alles Wissenschaft regelt, dann auch friedlich, selbst wenn ich da so eine Sache, die sich so militarisieren lässt, entwickle. So habe ich das gelesen. Ja, mag sein, ich fand das, ich fand es, und ich finde, dass die Folge irgendwie auch ein bisschen sagen will, die ist halt ein bisschen auch verblendet dadurch, dass sie den Cisco nicht mag. Und wenn die Folge das tut, dann fände ich das also auch noch schädlicher für ihren Charakter. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ja, und das ist, so habe ich es ein bisschen interpretiert an der Stelle, weil ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie so dumm ist. Was auch nicht gut ist, ist, du hast gerade gesagt, ich bin hier, um dich zu retten, und da ist eine Werbepause an der Stelle, und da ist ein Anschlussfehler, und zwar einer, der durch die Werbepause überhaupt erst entsteht, und den ein Regisseur nicht machen darf, nicht zulassen darf eigentlich. Denn vor der Werbepause reagiert sie auf dieses, ich bin hier, um dich zu retten, mit so einem Blick, der so sagt, Echt jetzt, du? Ja, aber das ist nur ein Blick. Und nach der Werbepause sagt sie, um mich zu retten? Das heißt, Jennifer reagiert auf diese Aussage zweimal, und zwar mit zwei unterschiedlichen Gefühlsausbrüchen, und das unmittelbar nacheinander. Und das funktioniert wirklich nur, wenn dazwischen Werbung kommt. Wenn dazwischen das Bild noch mal kurz schwarz wird, dann denkst du, was ist das denn für eine Doppelreaktion für eine merkwürdige? Vielleicht ist sie ein bisschen bipolar, das kann ja auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ist mir nicht aufgefallen, schöne Beobachtungen. Und jetzt langsam aber kommt sie dann da so drauf, dass er vielleicht doch ein anderer ist, weil er sagt, es tut mir leid. Und dann sagt sie, oh was? Oh, ich hätte dir fast mal geglaubt für eine Sekunde. Also, ich hasse dich doch immer noch, und ich wünschte, wir hätten uns, wir wären uns nie begegnet. Und so geht das immer hin und her. Und dadurch, dass er dieser weiche, unlachpiratige Spencer bleibt, zemmelt er sie so ein bisschen. Oder gibt ihr das Gefühl, dass er wirklich ein anderer ist, was ja auch stimmt. Ja, und dann wirft sie ihren wissenschaftlichen Idealismus über Bord. Weil dann ist er ja doch nett. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du, das ist mein Grundsatzproblem mit dieser ganzen, Jennifer sieht das Licht, mit dieser Wanderung in ihrem Inneren und irgendwie, ich kapiere das nicht, dass sie jetzt sich so überzeugen lässt von ihm. Weil das ihre, das stellt Jahre ihrer Arbeit in Frage. Stellt Jahre ihre Arbeit in Frage. Und dann komme ich wieder auf diesen Schluss, den ich für mich gezogen habe, habe das Problem ist eigentlich Sisko. Sie macht das, weil sie auf der, das sagt die Folge doch hinterher auch. Und das sagt er auch, wir waren es gewohnt, immer auf anderen Seiten zu stehen. Ja. So, und deswegen bist du für die falsche Seite, weil du es gewohnt bist, nicht auf meiner Seite zu stehen. Das Ganze wird aus einer persönlichen Zwist heraus, wird das in diese Kriegsgeschichte reingebracht. Und jetzt sind wir wirklich in so einem Sandalenfilm oder im alten Rom, wo irgendwie, oh, der hat aber mit meiner Frau geschlafen, deswegen mache ich hier Krieg. Ja, gute Analogie, ja. Und stürze unfassbar viele Leute ins Elend. Und das wird jetzt komplett Fantasy für mich. Aber eher in so einem Herakles-Film. Ja, genau. Ganz genau. In so einem Herakles-Film. Mit diesem, wie hieß der nochmal, George irgendwas. Der in Wirklichkeit Georgio oder weiß ich nicht. George Eastman meinst du? Ja, George Eastman war das, ja? Nee, George Eastman war der aus Anthropophagus, aber der hat auch einen Sandalenfilm mitgespielt. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der da, es gab einen, Steve irgendwas. Steve, ich weiß, wen du meinst. Herkules meinst du, nicht Herakles. Ja, der hieß mal so und mal so, je nachdem, wer es synchronisiert hat. Es gab auch diese Ursus-Filme, kennst du die auch? Oh ja. Das war so die Billow-Variante von Herkules. Ja, das ist ein Ursus-Film, den wir eigentlich hier sehen, so ein bisschen. Ja, ein Ursus-Film sehen wir, genau, ja. Wahnsinn. Ja, und das tut, ich finde, das tut den, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da los ist. Und deswegen kann ich das auch nicht als so eine Folge so ernst nehmen, während ich Crossover noch eher als Folge ernst genommen habe. Verstehst du? Als Folge im Kanon von Deep Space Nine. Und das ist so jetzt irgendwie, okay, Spiegel-Universum, komm, wir schreiben mal irgendwas, das Cisco geht da hin und ist eigentlich auch egal. Und jetzt kann man natürlich einwenden, und das halte ich auch für einen guten Einwand, ja, aber das Spiegel-Universum ist doch dafür da, dass man mal eine Dreiviertelstunde Spaß hat und einfach nur Kopf ausschalten und so. Kann man. Und ja, man kann das Spiegel-Universum als solches verwenden, nur für mich ist das, nach dem letzten Besuch im Spiegel-Universum, wo man das Ganze mal ernsthaft durcherzählt hat. Downgrade. Wenn man das danach macht, ist das ein Downgrade, definitiv. Ja, da bin ich genau mit dir einer Meinung, ja. Hm. 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 So, kurzer Blick nach unten in die Verarbeitungsanlage da. Da ist der Kräftig am Arbeiten, der O'Brien. Und jetzt sieht man auch, dass der Cisco, der tippt so Drama an seinen Kopf wie Pantau. Aber das kriegt unten der, wupp, und dann ist er ganz klein. Und gleich wäre es eine bessere Folge. Ja, gleich. Wenn du so ein Zwerg gehst. Dann wäre ich wieder, oh, weißt du, wäre ich wieder voll an Bord so. Stattdessen ist O'Brien unten wieder am Arbeiten, schiebt da Sachen von links nach rechts, weiß auch nicht genau, was sie da so machen und warum. Aber er geht dann mal kurz in so eine Ecke, macht eine Klappe auf und fummelt rum. Wie, wie das halt so ein O'Brien macht, ja. Kommt so ein kardassianischer Overseer und dann war so dann da, hast du überhaupt eine Befugnis? Und er sagt, meine Faust ist meine Befugnis, schlabunzen, liegt der kardassianische Aufseher da. Und dann gibt es so ein, obwohl er tief in so einer Jeffreys-Röhre drin sitzt, was man auch sieht, er klettert da raus und das dauert lange, schafft er es aus diesem Tunnel ein Feuergefecht sich zu liefern mit Leuten, die in dieser Halle daneben stehen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also die Regie, Simon, in dieser Woche ist nachlässig. Fragwürdig, ja. Die Regie ist sehr fragwürdig. Wer war das? War das Rick Colby diese Woche? Keine Ahnung. Das wirkt auf mich wie ein Rick-Coby-Joint. Der ist manchmal so ein bisschen, ist mir doch egal. Jetzt gucke ich nach, wer Regie... Bam, Simon, es war Rick Colby. Der hatte dann die Gedanken schon, glaube ich, bei der Kate Mulgrew. Ja. In dem Moment, wo er hier gefilmt hat, könnte ich mir vorstellen. Das kann durchaus sein, ja. Anyway, oben, also jetzt Stromausfall und was weiß ich alles und Jennifer und Sisko sind auch schon geflohen. Jennifer sagt auch nochmal, übrigens, ich komme jetzt zwar mit, aber ich hasse dich immer noch. Ja, ja, ist okay, weiß ich. Und jetzt beginnt so eine Verfolgungsjagd. Und das ist auch Star Wars, was wir jetzt haben. Das ist jetzt die Verfolgungsjagd durch den Todesstern, wo man sich dann durch diese Gänge läuft und sich dann wieder unterschiedliche Leute treffen und dann kommen zwei nicht wieder dazu und sagen, hinter mir sind noch 30 Leute. Ja. Und man möchte natürlich zur Luftschleuse. Hat für mich aber auch ein bisschen was von der Tante 4. Mhm. Was? Wo du Star Wars sagst. Hat das für mich auch ein bisschen was von den Szenen auf der Tante 4. Ach so, ja. Ne? Zu dunkel, aber. Wo man sich auch so gegenüber steht eher und man will irgendwo zu einer Schleuse. In dem Fall die Roboter. Ist aber zu dunkel, finde ich. Die Tante 4 war so schön weiß alles irgendwie. Ja. Konisch weiß. Ja, das stimmt. Also das Blocking der Szenen ist ein bisschen so. Mit diesem Gegenüber, fand ich. Hat mich erinnert. Ja, ja. Naja. Ja, es gibt ein Shootout. Genau. Es gibt ein Shootout. Genau. Also der Smile-Style kommt zur Rettung, ne? Irgendwie. Und dann kommen andere hinzu. Und dann läuft man zu dieser Luftschleuse. Kommt an. Aber, Sebastian, aber. Ach, da hängt ja wer an der Luftschleuse. An der Luftschleuse hängt der scheinbare Verräter, der Rom. Und zwar durchs Herz da so aufgedolcht. Wie so ein Schmetterling in so einem Großvaterbüro aufgepiekst. Und das ist für mich eine Szene, die mich tatsächlich angefasst hat. Und wo ich dachte, da spüre ich auf einmal die Dramatik von Crossover. In diesem Anblick. Nur danach ist es ziemlich schnell wieder vergessen. Das ist wie so ein Ausrufezeichen für mich. Ein Ausrufezeichen der Düsternis und Dramatik in dieser Folge. Wie hast du das gutiert, dass der Rom da hängt? Es fühlte sich wie ein Fremdkörper an. Oh. In dieser Folge. Also da nähere ich mich eigentlich aus der gleichen Richtung wie du. Das war dann so hart irgendwie. Und so heftig. Und überhaupt nicht lustig. Und eigenartig oder sowas. Und ich fand es, ja. Also die restliche Folge hat nicht so sehr dazu gepasst. Weil die Atmosphäre einfach nicht so düster ist. Ja. Also so habe ich das wahrgenommen. Ist dann das Schiff weg auch, wo sie fliehen wollten? Wahrscheinlich, oder? Das Schiff ist, sagt die Intendante, das Schiff ist im Lockdown-Modus und der Pilot ist tot. Ah, okay. Also kann man auch nicht die Tür aufmachen. Wäre ein bisschen hässlich geworden. Und lässt den Halter hängen den Rom. Okay. Verstehe. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir haben ja noch einen Bargaining-Chip. Nämlich die Jennifer. Uns wird man umbringen. Die ist ihr aber wichtig. Deswegen lass sie mal mitnehmen. Und vor allen Dingen sagt jetzt nochmal der Cisco, ich werde hier nicht ohne dich weggehen. Und als er das sagt, da hat er sie over jetzt in diesem Moment. Weil sie guckt ihn freudig erstaunt an und ist so, wow. Den Typen finde ich ja super. Das merkt auch er, dass er so angeguckt wird und fragt, was ist los? Sie sagt, nee, nix. Aber da hat sie doch verstanden, dass der A super ist und B ein anderer, oder? Ja, denke ich schon, dass das der Moment ist. Definitiv, ja. Jetzt flieht man weiter. Also es gibt dann so eine Pause im Grunde, wo man hinter der Ecke ist. Und hinter der anderen Ecke ist Kira und ihre Entourage. Ja, also der Dings ist auch dabei, der Garak. Und sie sagt, du kommst jetzt da raus. Oder nimmst du die Jennifer da raus. Und da muss ich auch lachen. Denn sie gibt ihm so noch, weißt du, ich zähl bis drei. Irgendwie. Die Zeit ist vorbei. Und währenddessen sind die schon längst abgehauen. Ja. Und das fand ich ausreichend. Warum sollten sie auch nicht abhauen? Garak sagt dann so wunderbar so, pursue. Sagt er so. Verfolgung aufnehmen. Und man rennt dann um die Ecke. Und dann ist das auch so, sie sind ja weg. Ach, dieser Benjamin wieder. Und das ist dann auch schon wieder. Und dann gibt es so einen Spruch zwischen Cisco. Ja, das ist ja eine schlechteste Eigenschaft. Denkst du ja auch, entscheidet euch doch mal. Was soll das hier werden? Soll das Benny Hill Show sein? Ja. Ja, oder soll das halt was Ernstes sein, wie den Rom da aufknüpfen? Soll es irgendwie, ja, an die Wurzeln der Beziehung gehen von Cisco? Also diese Dex-Sache nochmal ausbauen und diese Jennifer-Sache ausbauen. Was ist das hier überhaupt? Was macht denn ihr da? Das ist eigentlich ein, ist ja irre Film. Kennst du die noch? Nee. Die Carry-on-Filme, die immer auf dem ZDF kamen, als ich klein war. Und auch als du klein warst. Du warst ähnlich klein wie ich, Simon. Wenn das so ähnlich hieß, weiß ich nicht mal unter dem Namen, weiß ich nicht mal, ob ich das kenne. Das waren so frivole Komödien, die hießen dann immer Carry-on, don't lose your head. Und dann ging es um die französische Revolution. Da wurden auch Leute geköpft, aber es war viel frivol und viele Gags und sehr Benny Hill-mäßig, ja. Und dann gab es das, eine Woche später kam dann der Film, wo sie dann bei den Beduinen waren. Und danach kam dann der Film, wo so alle Polizisten waren, aber immer dieselbe Truppe, ja. Kann ich mich nicht dran erinnern, nee. Und das hier ist, ist ja irre, wir sind im Spiegel-Universum, der Film. Das ist ein, ist ja irre Film. Okay. Und Simon, die fand ich super lustig, als ich elf oder zwölf war. Wir haben auch sogar schon mal, weil das eine der Lieblingsfilmreihen von Gerrit ist, haben wir drüben bei der Rückspultaste schon mal randständig über einen der Carry-on, ist ja irre Filme geredet. Die Folge habe ich nicht gehört, nee. Jetzt kann ich mich dran erinnern. Aber bis auf zwei Ausnahmen kann ich die heute nicht mehr gucken, weil die sind wirklich albern und an die Infantilität grenzend. Bis auf der Carry-on Screaming, die Horror-Parodie, den finde ich angenehm verrückt irgendwie. Aber das tut für mich nichts mehr als 45-Jähriger. Und ähnlich geht es mir hier mit dieser Folge gerade. Ja, ja, mir ist es auch schwer gefallen. Also ab hier, also hier ist es wirklich dann irgendwie so ein bisschen endgültig gekippt. Ja. Auch jetzt wieder. Man landet dann irgendwann in dieser Minenanlage, die ja jetzt leer ist, weil vorhin hat der O'Brien ja dafür so einen Mini-Aufstand gesorgt und alle sind raus. Oder wo ist man in so einem Schattlanger? Ich weiß es doch gar nicht mehr. Irgendwo ist man in der Sackgasse jetzt auf jeden Fall. Man geht ins, ich sage es dir gleich. Ja, ich weiß gar nicht, ob es mich so interessiert. Man geht zurück in die Mine. In die Mine, siehst du wohl. Ja. Also in dieser Verarbeitungsanlage. Ist ja eigentlich keine Mine. Wir sagen immer Mine, aber da wird das Zeug halt verarbeitet. Ja. Or Processing. So. Or Processing, genau. Und das ist eine Sackgasse, da kommt man sonst nicht raus, nur durch diese Tür. Und natürlich ist Team Kira total, ah, jetzt sind sie da drin, jetzt sitzt sie in der Falle. Während aber Team Spencer einen Plan hat. Denn der Cisco geht auch schon an so eine Konsole und sagt, ich hoffe, diese Station hier hatte denselben Ingenieur wie meine in meinem Universum. Und dann fängt er an, da irgendwas einzuprogrammieren. Sie kommen da rein und er steht und hat komplett Oberwasser. Ha, ha, ha. Und jetzt kommt der Clou, Simon. Er hat ja gehofft, es ist derselbe Ingenieur. Aber es geht ja eigentlich darum, dass dasselbe Passwort vergeben wurde auf einer Station, die sogar anders heißt. Ja, aber Sebastian, das ist halt die Werkeinstellung. Verstehst du? Der Selbstadmin ist das Passwort da, weißt du? Admin. Cisco sagt, hör mal, ich habe die Selbstzerstörung aktiviert. Und zwar, nee, das kannst du doch nicht. Und so doch kann ich, denn ich kenne den Code. Alpha 9759 Blau. Und ja, das ist hier offensichtlich derselbe Code. Und den hat er dann auch benutzt, um den zu ändern. Das heißt, die Intendantin kann die Selbstzerstörung nicht ausstellen. Es wäre super lustig gewesen, wenn er den Code ändern will und dann kommt eine SMS auf dem Smartphone von der Intendantin an. Jemand hat ihr Passwort geändert. Oh, zwei Faktor-Authentifizierung, ja. Da will einer das Passwort ändern. Das gibt es da alles noch nicht, Sebastian. Das gibt es nicht, ne? So einfachste Sicherheitsmechanismen gibt es nicht. Oder überhaupt eine Info. Kriegst du ja, ne? Jemand hat ihr Passwort geändert. Wenn sie es waren, können sie diese Mail jetzt löschen. Wenn nicht, haben wir ein scheiß Problem, ne? Und das kommt da ja. Mit neuer Anmeldung auf Instagram in Nürnberg, ja? Genau. Nein, kommt nicht. Kommt nicht. Und allein, dass das dasselbe Passwort in beiden Universen ist und dass er das einfach so ändern kann. Simon, jetzt haben sie mich auch langsamer verlassen. Weil das ist jetzt so ein Totschlagstechno-Trick. Einfach, weil die Folge jetzt mal vorbei sein muss. Und da habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was, ihr könnt mich mal gerne haben, habe ich gedacht, jetzt. Und dann machen die jetzt so ein Deal irgendwie. Ich gehe jetzt und dann gebe ich dir den Code. Ne, du gibst mir jetzt den Code und dann darfst du gehen. Ne, ne, machen wir umgekehrt. Na gut. Und die Kira weiß ja nicht, dass es der falsche Cisco ist. Die geht ja davon aus, dass der echte Cisco richtig, also der für sie echte. Und dann lässt sie sich auf diesen Deal ein. Hier, nimm die Jennifer mit. Gib mir nicht den Code und geh weg. Warum? Also was macht sie so sicher, dass der Cisco ihr den Code danach gibt? Zum einen das, was macht den Cisco sicher, weil er hat ja neun Minuten einprogrammiert und es sind immer noch achteinhalb Minuten. Was macht ihn so sicher, dass er jetzt nicht umgeballert wird und sie sagt, tja, dann evakuieren wir halt. Sind ja nur 5000 Sklavenarbeiter hier. Ja, die lassen wir hier. Aber wir zehn hier, ne, wir sagen Schüsse können. Aber wir zehn, wir gehen einfach mal weg. Fertig aus, Mickey Mouse. Weil wie unberechenbar und sprunghaft grausam die Intendantin sein kann, das wissen wir auch. Das wäre doch für sie durchaus eine gangbare, also ich, natürlich wäre das zutiefst böse, wenn sie das tun würde, aber das wäre doch gangbar für die Intendantin. Das Einzige, was vielleicht dagegen spricht, ist, dass Terok Noir schon so ein Machtzentrum irgendwie ist. Also allein die Station und die Position und so gibt ihr auch diese Macht und dass das dann vielleicht nicht geht. Aber andererseits ist man natürlich recht. Also dieser Deal, da habe ich auch ein Problem mit. Das hätte man ja irgendwie anders noch lösen können. Zum Beispiel, dass Cisco sagt, ich programmiere hier so ein Ding ein, das gibt euch ins, hier seht ihr, in zehn Minuten wird der Code wieder zurückgesetzt, ne. Aber ich kann das aus der Ferne jederzeit stoppen. Oder irgendwie sowas, ne. Also, aber gut, man lässt sich jetzt drauf ein und tatsächlich gehen die Seelen ruhig, ja. They are taking their sweet ass time. Sebastian marschieren dann nacheinander raus und beamen weg und geben dann offscreen den Code der Intendantin. Und nochmal, wo wir im Crossover am Ende eine Schlinge hatten, die sich zuzog und es war super spannend, ist das hier wie so ein Brrrr, mit dieser ganzen Verfolgungsjagd, die ich echt schief fand. Und vielleicht ist es, wie du schon sagst, richtig ein Problem der Regie, dass Rick Colby da, weiß ich nicht, mal einen richtig schlechten Tag hatte oder richtig schlechte Tage. Vielleicht ist es die Story, die nicht wirklich funktioniert. Irgendwas ist hier ganz kaputt an dieser Folge. Wer hat denn Regie geführt bei Crossover? Aber bei Crossover Regie geführt hat David Livingston. Ah ja, guck mal, da haben wir den gründlichsten, wo sie alle immer total genervt von waren, weil bei David Livingston wurden die Tage lang. Der war perfektionistisch unterwegs. Richtig. Aber Rick Colby hat ja auch schon super Arbeiten hingelegt. Also es ist ja nicht so, dass der immer schlecht wäre oder sonst irgendwas. Ja, na klar. Na gut, jetzt ist man wieder zurück auf Rebellenhausen. Auf Javin 4 ist man jetzt. Mhm. Und jetzt, naja, jetzt kommt diese Szene, wo, also geht irgendwie los, dass Dax und Jennifer an so einem Tisch sitzen und sich unterhalten. Und dann kommt Benjamin hinzu und Dax sagt, ah hallo, er gehört jetzt hier. Und dann geht sie. Statt, dass er jetzt sagt, oh oh, und die beiden sagen, ja ha ha ha, das wird ja auch mal passieren können. Noch nicht mal das wird gemolken. Die beiden sind so, ja, wir vertragen uns und wir haben eine Menge gemein. Und ich gehe jetzt übrigens raus, sagt Dax. Und ich dachte nur, was? Ihr verschenkt auch noch dieses dramaturgische Potenzial? Da bin ich aber, wie gesagt, da muss ich sagen, bin ich froh drüber, dass wir da jetzt kein Ding draus machen. Kein American Pie Scheiß, bitte. Mit diesen beiden, die sich da um den Männer streiten oder so. Das haben wir schon viel zu oft gesehen. Und da kann ich liebend drauf verzichten. Aber ja, es ist halt, da hätte man sich auch sparen können einfach, diese Szene. Denn es ist ja auch nicht ihr Mann. Es ist Benjamin Lafayette Sisko aus dem hiesigen Universum. Und jetzt sagt sie das auch in dieser Endbesprechung. Genau, der Deal war doch, dass du mich da rausholst und dann darfst du nach Hause gehen. Genau so sieht es nämlich aus. Werden wir uns nochmal wiedersehen? Ich weiß nicht. Okay, dann wird es jetzt mal Zeit. Und er sagt, auf Wiedersehen. Smiles da, nehme ich nach Hause. Ja, bist du ein bisschen schnell darüber hinweggegangen? Ja. Ich will auch ans Ende kommen, Sebastian. Ich will noch ein, zwei Details möchte ich noch erwähnen. Das erste ist natürlich, er offenbart sich eher. Er sagt, ich bin nicht dein Mann. Ich bin lange Geschichte und so weiter. Ich gehe nicht wirklich zu den Romulanern, wie hier eigentlich geredet wird, um die zu überzeugen, sich der Rebellion anzuschließen. Und dann gibt es ihm ja noch einen Kuss. Also es gibt noch so einen Kuss. Und das finde ich eine relativ schöne Szene, weil du siehst bei Sisko im Gesicht. Der guckt einfach und denkt, oh Gott, oh Gott, Gott, denkt er sich. Also das hat ihn nochmal so zu richtig zurückgeholt und an seine Frau erinnert, die ja verstorben ist. Und dann geht er nach Hause. Genau, bring mich nach Hause, Smiley. Tschüss. Kommt aber auch in seiner Tragweite nicht bei mir an, ehrlich gesagt. Emissary war für mich so gut, weil dieser herbe Verlust ihn dazu einem gemacht hat, der in der Zeit stehen geblieben ist und erst von den zeitlosen Propheten wieder befreit werden musste, von den Wurmloch-Aliens. Und es waren hochemotionale Szenen. Und jetzt begegnet er seiner Jennifer oder einer Version seiner Jennifer wieder. Und das wird nie für irgendwas gemolken. Du könntest da ja jetzt so eine Star-Crossed-Love-Affair oder sowas Sehnsuchtsvolles, so eine tragische Ebene auch einziehen. Passiert alles nicht. Du könntest sogar so weit gehen und sagen, okay, da sind zwei Menschen, die sich lieben. Ja. Und die können nicht zusammen sein, weil in beiden Welten jeweils der andere gestorben ist. Ja. Komm doch mit. Ja. Oder zumindest einen Abschied machen, der wo irgendwie ein Schmerz drin steckt. Ja. Aber hier ist das ja so, ja, tschüss, ne? Richtig. Mach gut. Tschüss. Sie fragt zwar einmal ganz kurz, werde ich dich wiedersehen? Ich weiß es nicht. Aber danach ist das dann auch so, okay, ich weiß nicht, was da los war. Naja, glücklich war zumindest Avery Brooks, als er nämlich das Drehbuch bekam. Dann durfte er zum ersten Mal in der Serie Sex haben. Nicht einmal, sondern zweimal. Was meinst du eigentlich mit zweimal, dass er mit der Intendantin auch geschlafen hat? Es wird ja auch heftigst angedeutet, dass es Offscreen auch dort zum Vollzug kam. Okay. Was, glaube ich, vielleicht auch das erste Zusammentreffen mit der echten Kira und der echten Dex, wenn die mal wieder so im Besprechungsraum sitzen, auch irgendwie leicht merkwürdig macht, oder? Wieso? Dass er jetzt fleischliches Wissen um seine beiden Untergebenen hat oder Versionen von ihnen. Das wissen die ja nicht. Muss er ja nicht erzählen. Für ihn merkwürdig, meinst du? Ja, für ihn merkwürdig eigentlich auch, oder? Weil, ich weiß nicht, so gut kennen wir unseren Käpt'n Sisko nicht, wie der das so internalisiert dann oder eben nicht. Keine Ahnung. Und ausgerechnet mit seiner geliebten Jennifer nicht. Richtig. Heißt du? Mit seiner Ex, mit seiner Ehefrau, ne? Stimmt, das ist auch lustig eigentlich. Eigentlich ist das alles schon sehr komisch. Ein Funfact noch. Als nächstes kommt ja bei Dias9 ein Zweiteiler. Der geheimnisvolle Garach Teil 1 und Teil 2. Allerdings wurde erst so spät im Autorenteam entschieden, dass aus dem Einteiler ein Zweiteiler wird, dass diese Folge hier schon in Pre-Production war. Das heißt, es wurde eigentlich zuerst die Folge Improbable Cause, also Teil 1 von der geheimnisvolle Garach gedreht, dann diese hier, die wir heute besprochen haben, dann Teil 2 des kommenden Zweiteilers. Interessant, ne? Von daher ist es klug, dass wir uns an die Ausstrahlungsreihenfolge halten und nicht an die Produktionsreihenfolge. Ja, das wäre sehr witzend. Aber gut, klar, ne? Also Garak war ja da, also Andy Robinson war da und deswegen konnte man den ja auch gut reinbringen, ne? Ja. So. Hm. Nun. Hm. Soll ich beginnen? Ja, mach mal. Also, ich glaube... Bin so gespannt. Ach, das weiß ich nicht, ob ich nicht rede. I'm shitting you. I'm pulling your leg. Ich glaube, das größte Problem, was ich mit der Folge habe, ist nicht unbedingt, dass sie nicht diese Tragweite hat, die Crossover hatte und auch nicht, dass sie jetzt unbedingt nicht so düster war, sondern mein Problem, was ich je eher habe, ist so der Plot. Also der Plot tatsächlich, ne? Plot und die Geschichte überhaupt. Ich konnte die Geschichte einfach nicht ernst nehmen. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich fand das konstruiert über weite Strecken. Ich fand die Motive nicht richtig erklärt, ja. Gerade unlogisch. Warum ist Cisco jetzt überhaupt da? Das war mir nicht so ganz klar. Und inkonsistent einfach. Also was soll diese Episode jetzt sein? Geht's da jetzt um diese Ciscos Verlust? Dann war das viel zu wenig herausgearbeitet. Also dieses Ding, ich seh Jennifer wieder. Das wird ja nur so gesagt, ah, Jennifer, ja, alles da, dann mach ich das. Aber da ist ja überhaupt keine Schwere drin in dieser Begegnung mit den beiden. Dann ist dieser Stick der Intendantin und überhaupt auch Garak, die gingen mir alle eher auf die Nerven, als dass ich sie lustig fand. Oder sie waren total übertrieben. Also Beshir beispielsweise, ne? Beshirs Charakter war total übertrieben. Auch das, diese Szenen da auf der Rebellenbasis, das hätte... Und da bin ich bei dir, auch wenn's natürlich ein bisschen klischeehaft ist, dieses Ding, dass Cisco nicht der echte Cisco ist, eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt. Höchstens mit Jennifer in dieser Beziehung. Aber für alle anderen Charaktere ist es eigentlich relativ egal, dass es eben der andere Cisco ist. Oder sie sind zu doof, das überhaupt irgendwie zu checken. Und deswegen kommt da nie so richtig Leben rein in die Folge. Und es wirkt eher wie so eine Gimmick-Folge an miteinander gesetzten Szenen, dass das irgendwie so halbwegs funktioniert. Aber so in der Gesamtheit einfach funktioniert das Stück nicht für mich. Und dann sind noch einige Missklinge drin. Also das, was du mit diesen Regiefehlern da genannt hast. Und den Rest hab ich gehabt bei dieser Verfolgungsszene. Am Ende so spannungsarm, so undynamisch. Und dann hast du dieses Finale, wo es dann um so ein Code geht. Und dann soll das so, ach, jetzt ist er aber ausgefuchst. Ja, soll das so rüber so im Moment sein. Aber dann scheinen das allen auch nicht wirklich so. Ja gut, okay, dann geh halt. Dann halt nicht. Keine Steaks, nichts. Und ja, ich muss sagen, das Spieluniversum geht mir langsam auf den Sack. Und deswegen ist das jetzt auch mal eine Folge, die mir nicht gefallen hat. Obwohl Momente drin sind, wo ich denke, ja, das wäre gut gewesen. Ja, das wäre toll gewesen. Deswegen gibt es eigentlich nur noch ein paar Gummipunkte für Visitors Beine. Nein, Quatsch. Sie waren ja auch in Gummi. Nein, Quatsch. Daumen nach unten. Ja, ich kann mich nur noch mal, also das, was Simon gesagt hat und weißt du, wir haben dann letztes Mal gesehen, die Promenade war abgezäunt und überall war so Rauch und es sah aus wie eine Hölle und das Licht war besonders. Und hier ist das so ein bisschen so gefilmt wie das normale Deep Space Nine. Und dann laufen die da so rum und der Verlauf der Handlung und wie die Charaktere miteinander so interagieren, das habe ich echt gern geguckt früher. Das nannte sich Kasperle Theater. Wenn der Verkehrskasper mal wieder vorbeischaute auf dem Schulhof und dann hinter dir das Krokodil. Oh, auf diesem Niveau findet das für mich hier statt. Das ist unterirdisch, finde ich. Und gerade nach dem Crossover, das hat mich so heiß gemacht damals, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe. Das hat mich so angeheizt. Ich habe dieser Videokassette von Udo Grzesiak, wo Through the Looking Glass drauf ist, entgegen gefiebert. Und das war so eine kolossale Enttäuschung damals schon. Und irgendwie wirkt es jetzt, wenn man so darüber noch en detail spricht, wird es noch eklatanter, die Enttäuschung. Weil man noch genauer hinguckt und noch mehr merkt, was das für ein faules Ei ist, diese Folge eigentlich. Nee, die hat mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen. Ich habe vorher wirklich, wenn sie mich gefragt, was kommt bei der Folge raus, hätte ich gesagt, wahrscheinlich ein Querdau, aber wenn ich Folge Glück habe, könnte da auch nach oben gehen. Das sagt so meine Erinnerung, mein Gefühl an Through the Looking Glass. Aber ich wurde tatsächlich diesmal schon wieder negativ überrascht von dieser Folge. Das tut mir äußerst leid, dass ich den Daumen auch genauso wie du nach unten geben muss. Und es gibt bestimmt Leute, die finden die Folge total toll. Wir wollen euch das keineswegs nehmen oder sagen, ihr seid irgendwie doof. Ganz im Gegenteil, wir schätzen das, dass ganz viele Folgen auch Lieblingsfolgen von Leuten sind, die wir nicht besonders mögen. Aber für mich geht es einfach nicht anders, als auch den Daumen nach unten zu geben. That's it. That's it. Vielen Dank, mein lieber Sebastian. Zau mal den Daumen nach unten. Das ist auch schon länger her, dass das mal wieder passiert ist. Ist okay. Verdient. Ja, bei Voyager hatten wir es letztens. Bei Voyager, stimmt. Okay, gut. Bei dir ist es nein, aber es ist länger her auf jeden Fall. Das stimmt. Du hast es schon erwähnt. Nächste Woche bleiben wir auf Deep Space Nine. Nein, denn jetzt hat Voyager mal wieder Sendepause. Ja, wir legen mal wieder ein bisschen Deep Space Nine auf hin. Ich weiß aber gar nicht, so lang ist es nicht, oder? Es sind tatsächlich nur zwei aufeinanderfolgende Deep Space Nine Folgen. Nur zwei, nur zwei Folgen. Ja, übernächste Woche ist wieder Voyager dran. Welche Folge, du hast es vorhin schon verraten. Welche Folge gucken wir uns an? Improbable Cause. Der geheimnisvolle Garak. Teil eins. Wir waren sehr amüsiert damals über diesen Titel. Ja. Amüsierter, als es eigentlich sein muss. Ja, aber gut. Der geheimnisvolle, unmoralische Friedensvermittler Garak. 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 Ja, genau. Garak. Vorher auch das schon erwähnt in der Zauberlaterne. Donnerstag-Freitag kommt das Ding immer. Freitag der Podcast. Meistens am Donnerstagabend schon das Ganze auf Video. Oder spätestens am Freitag dann der Kohn. Erstling, Kohnbrüder Erstling, Blood Simple. Freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich auch sehr drauf. Und ansonsten könnt ihr, wenn ihr uns gewogener seid, als wir es der Episode Through the Looking Glass sind. Das solltet ihr sein. Das hoffen wir sehr, dass ihr das seid. Könnt ihr dieses Projekt unterstützen, indem ihr geht auf trackamdienstag.de slash unterstützen. Da erfahrt ihr, wie ihr uns etwas Gutes tun könnt. Auch wenn diese Woche tatsächlich, ich gebe es jetzt auch mal ganz offen zu, die Recherchearbeit war diese Woche ein bisschen einfacher und ein bisschen kürzer, weil Through the Looking Glass tatsächlich nicht viel Hintergrundinformationen zu bieten hatte. Dafür wäre in den Schnitt wieder, wir haben ja zwei Stunden aufgenommen. Für den Schnitt werde ich, damit es für euch perfekt und flutschig klingt, da fließen sechs Stunden Arbeit rein in die Post-Production. Nur um euch mal eine Zahl zu geben. Werde ich öfters gefragt, wie lang schneidest du an einer Folge? Laufzeit brutto mal drei. Das ist der Schnitt. So sieht es aus, ihr Lieben da draußen. Bleibt uns gewogen. Habt eine schöne Zeit, hoffentlich. Ärgert euch nicht so viel. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss, Sebastian. Und boah, das war eine anstrengende Folge. Das war scheiße anstrengend, ja. Aber Gespräch war gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Simon. Eine Galaktisch Absorger 2024 Produktion.